Einleitung von Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Bhagavad Gita, des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Einleitung Die Bhagavad Gita ist ein philosophisches Gedicht, und nicht mit Unrecht nennt Wilhelm von Humboldt sie das schönste, ja vielleicht das einzig wahrhafte philosophische Gedicht, das alle uns bekannten Literaturen aufzuweisen haben. In der Tat ist es wohl das einzige in der Weltliteratur, welches ganz diesem Begriff entspricht, das heißt wirklich philosophisch und doch zugleich ein echtes, von höchstem poetischen Schwunge getragenes Gedicht ist, was sich nicht einmal von dem berühmten, gedankenreichen, aber doch mehr trockenen, philosophischen Gedichte des Lucrets, den Natura rerum, völlig behaupten lässt. Dass ein solches Gedicht gerade bei den Indern entstehen konnte, ja entstehen musste, Das begreift sich leicht, wenn man weiß, in welchem Grade dies hochbegabte Volk vor anderen Völkern schon früh, schon im vedischen Altertum von großen philosophischen Gedanken erfasst und durchdrungen wird, mit welcher Energie es um die Klärung und Ausgestaltung seiner Weltanschauung fort und fort ringt, in welcher Ausdehnung hier philosophische Gedanken durch Jahrhunderte und Jahrtausende sich mit den religiösen Vorstellungen verbinden und verschmelzen, aus ihnen erwachsen und sie wiederum bestimmen, ja auch leben und handeln, bestimmen und beherrschen. Es begreift sich, wenn man zugleich die Kraft der Poesie, die echt arische Fähigkeit hochfliegender Begeisterung kennt, die in diesem merkwürdigen Volke seit Alters wirkt und lebt, bald schlummernd, träumend, bald in hellem Jubel erwachend, mit elementarer Macht aufflammend. Schon aus dem Rig Veda tönen uns so erhabene, ergreifende Klänge philosophischer Poesie entgegen, wie sie jenes berühmte Lied vom Weltenursprung enthält, das mit den Worten anhebt, damals war weder sein noch nicht sein, und so weiter. Und dann, gleich in den ältesten Upanishads, vielleicht sieben bis achthundert Jahre vor Christo, welche Größe und Kraft, welche Kühnheit und Klarheit der philosophischen Gedanken und Bilder, mit welchem poetischen Schwung, mit welcher feurigen und stolzen Begeisterung verkündet. Wie tief lassen uns die schon oft geschilderten philosophisch-theosophischen Wettkämpfe jener Zeit hineinblicken in das leidenschaftliche Suchen und Ringen nach Erkenntnis der Wahrheit, in die Kraft der Begeisterung, mit der die gefundene Weisheit verkündet wird. Und diese Bewegung der Geister setzt sich fort in der weiteren Upanishaden-Literatur. Sie zieht sich durch das große Epos Mahabharata. Sie gewinnt im Buddhismus und Jainismus neue Formen, sie kristallisiert sich in den verschiedenen philosophischen Systemen und Kommentaren, sie lebt auch in den Gesetzbüchern, sie schimmert und leuchtet in den Puranen und unzähligen anderen Werken. Und sie treibt die Menschen dazu, der Welt zu entsagen, um nur den großen, ewigen Gedanken zu leben. Sie erfasst in der Folge auch die Eroberer, die Herrscher des Landes aus nichtindischem Stamme, zwingt den edlen Prinzen Mohammed Darashako, Krone und Reich der Großmogulen in die Schanze zu schlagen, um für die Wahrheit siegend unterzugehen. Sie erfasst auch die höher gearteten europäischen Besucher des wunderbaren Landes mit unwiderstehlicher Gewalt. Sie setzt sich fort bis in die Gegenwart, bis zu jenem nackten Heiligen mit dem Gesichte eines alten deutschen Professors, Lehrers oder Pastors, der vor kurzem noch in einem Garten von Benares vor einer Kapelle saß, die sein eigenes Bildnis in Marmor enthielt, und der zu den Bemerkungen lebenslustiger Spötter wohl milde Lächeln und ihnen kopfschüttelnd zuflüstern konnte, »Alles, was uns umgibt, ist nicht Wirklichkeit, sondern nur ein Traum.« Ja, in diesem Lande konnte und mußte philosophische Dichtung entstehen, wie sie in schönster, reichster Blüte die Bhagavad-Gita uns vorführt. Seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden schon, ist die Bhagavad-Gita in Indien selbst berühmt und hoch gefeiert. Eben darum gehörte sie wohl auch schon zu den ersten Werken der altindischen Literatur, die in Europa bekannt wurden. Schon im Jahre 1785 wurde die geistvolle Dichtung durch den Engländer Wilkins übersetzt und trug nicht wenig dazu bei, die Aufmerksamkeit der Europäer auf die alte Sanskrit-Literatur zu richten. Der Führer der Romantiker, die sich Indien so wahlverwandt fühlten und fühlen mußten, denn Indien ist das Land der Romantik, August Wilhelm von Schlegel, der erste Professor des Sanskrit in Deutschland, gab den Originaltext des Gedichtes im Jahre 1823 heraus und versah denselben mit einer musterhaften lateinischen Übersetzung. Und ein Mann wie Wilhelm von Humboldt war so mächtig davon ergriffen, dass er an seinen Freund Gens, den bekannten Diplomaten, schrieb, er danke Gott, dass er ihn so lange habe leben lassen, um dieses Gedicht noch lesen zu können. Das Wort ist schon oft angeführt worden, doch hier ist es am Platze und durfte nicht fehlen. Humboldt widmete diesem Gedichte dann noch eine eingehende geistvolle Abhandlung, die zum Besten gehört, was über den Inhalt der Bhagavad-Gita geschrieben ist. Wenn man die Bhagavad-Gita ein philosophisches Gedicht nennt, so ist das eigentlich nicht genug. Die Bezeichnung ist nicht erschöpfend. Philosophie, Dichtung und Religion, einschließlich die Moral, sind hier tatsächlich eins. Es wäre zu wenig, wenn man sagen wollte, sie sind untrennbar eng verbunden, unauflöslich miteinander verschmolzen, denn es handelt sich hier nicht um eine Verbindung oder Verschmelzung. Nein, sie sind eins, sind ein Ganzes, als solches organisch gewachsen und eben darum untrennbar. Der Forscher mag die Elemente sondern, wie er auch die Pflanze oder den Tierkörper zerlegt, in Wahrheit aber liegt eine organische Bildung vor, die ganz einheitlich aus dem indischen Geiste entsprossen ist, eine religiös-philosophische Dichtung mit starkem ethischen Einschlag, ein für Indien höchst charakteristisches Produkt, denn gerade die Einheit von Philosophie, Religion und Moral, getragen von hohem dichterischen Schwunge, tritt uns in diesem Lande so eindrucksvoll entgegen. Womit nicht gesagt sein soll, daß die Inder nicht auch streng systematische, nüchtern-analytische-philosophische Betrachtung gekannt haben. In der Bhagavad-Gita aber handelt es sich in der Tat um eine Philosophie, die nicht als Lehrgebäude bewundert werden, sondern den ganzen Menschen durchdringen und erneuern, also Religion sein will, die verlangt, daß man sie lebt. Mit Recht hebt Chamberlain gerade diese organische Einheit von Philosophie und Religion als das auszeichnende Merkmal des indischen Geistes hervor. In einer Beziehung, sagt er, steht das geistige Leben der Indo-Arier unerreichbar hoch über dem Unsrigen, insofern nämlich dort die Philosophie Religion war und Religion Philosophie. Kein Mann stand in Indien geistig so tief, daß er nicht etwas Philosophie besessen hätte. Kein künster Flügelschlag des Denkens erhob den außerordentlich Begabten so hoch, daß er nicht noch inbrünstig religiös geblieben wäre. Äußerlich betrachtet erscheint die Bhagavad-Gita als eine Episode des großen Epos Mahabharata, dem sechsten Buche desselben angehörend, eine Episode, die in der originellsten, ja in wahrhaft indischer Weise der Erzählung eingefügt ist. Krishna, eine Inkarnation des Gottes Vishnu, geleitet den Panduiden Arjuna als dessen Wagenlenker in den großen Kampf der Kuru- und Pandusöhne. Als Arjuna seine Verwandten, Freunde und Lehrer vor sich in den Reihen der Feinde erblickt, zögert er vorzugehen, wird unschlüssig und kleinmütig. Wie soll er mordend vorgehen gegen diese ihm nahestehenden Menschen? Da ermahnt ihn Krishna, solche Bedenken fahren zu lassen und seine Pflicht als Kämpfer zu tun. Es entspinnt sich ein Gespräch, und Krishna entwickelt nun, angesichts beider Heere, in 18 Gesängen, dem Arjuna, seine ganze Welt- und Lebensanschauung, aus welcher die Pflicht, handelnd vorzugehen, als praktische Konsequenz resultiert. Entsprechend diesem unmittelbar praktischen Anlass der ganzen Erörterung ist es vor allem die praktische Moral, die in leuchtenden Zügen hier hervortritt, als das große Ergebnis alles dessen, was Krishna vorträgt, der strahlende Gipfel seiner gesamten Darlegung, wohl geeignet als Leitstern des Lebens zu dienen. Auf dem Grunde metaphysischer Spekulation baut sich hier eine erhabene Sittenlehre auf, wie wir sie in den eigentlichen Systemen der Philosophie schmerzlich vermissen. Eine Sittenlehre, die in ihrer Strenge und Reinheit wahrhaft imponierend wirkt und es wohlverdient, dem kategorischen Imperativ Immanuel Kantz an die Seite gestellt zu werden. Tu deine Pflicht Nach dem Erfolg des Handelns frage nicht. Das ist das Leitmotiv dieser Lehre. Den ewigen, heiligen Geboten, der Moral folgend, sollen wir unentwegt, tapfer handelnd unsere Pflicht erfüllen, unbekümmert darum, wie schwer es uns ankommt, nie danach fragend, welcher Erfolg uns dabei erblühen möchte. Dann winkt uns zuletzt als schönster Lohn die höchste Bahn, das heißt, der Eingang zu der ewigen, heiligen Gottheit, die die Grundlage der gesamten Weltordnung bildet und auch uns allen unsere Pflichten gesetzt hat. Entsprechend dem System der Sankhya-Philosophie, wie auch der vereinigten Sankhya-Yoga-Lehre, wird hier, zumindest in gewissen Partien des Textes, ein ursprünglicher Dualismus von Natur und Geist gelehrt, Prakriti und Purusha. Beide sind anfangslos und ewig. Der Körper, dem Bereiche der Natur angehörig, ist zusammengesetzt und vergänglich, an seiner Erhaltung nichts gelegen. Die Seele, einfach und unvergänglich, mit verschiedenen Körpern sich umkleidend, bis sie die Vereinigung mit dem höchsten Wesen erlangt. Diese Vereinigung soll aber nicht in untätiger Beschaulichkeit gesucht werden, obwohl auch die zeitweilige Meditation ihre volle Berechtigung hat. Wir sollen vielmehr handelnd unsere Pflicht erfüllen, aber mit absolutem Gleichmut, ohne Rücksicht auf die Folgen, ohne Begier nach den Früchten unseres Tuns, nur dem reinen Pflichtgebot gehorchend. Ich habe soeben die dualistische Sankhya-Lehre als philosophische Grundlage der Bhagavad-Gita erwähnt. Indessen kann keine Rede davon sein, dass wir die Lehren dieser Philosophie in dem Gedichte rein und konsequent vorgetragen finden. Es gibt vielmehr nicht wenige Stellen, welche zu diesem System durchaus nicht stimmen wollen, sondern ihm geradezu widersprechen. Diese Widersprüche konnte schon Wilhelm von Humboldt seiner Zeit nicht übersehen. Er suchte dieselben, recht einleuchtend, folgendermaßen zu erklären. Es ist ein Weiser, sagt er, der aus der Fülle und Begeisterung seines Gefühls spricht, nicht ein durch eine Schule geübter Philosoph, der seinen Stoff nach einer bestimmten Methode verteilt und an dem Faden einer kunstvollen Ideenverkettung zu den letzten Sätzen seiner Lehre gelangt. Mit diesen Worten Wilhelm von Humboldts, die zweifellos ihre volle Berechtigung haben, suchte man sich lange über die vielen anscheinenden Widersprüche und Divergenzen des tiefsinnigen Gedichtes hinüberzuhelfen. Es ist ein Gedicht und soll ein Gedicht sein. Darum darf man eine streng systematische Gedankenentwicklung hier auch nicht erwarten. Es ist ein Weiser, ein hochgestimmter Dichter, der hier redet. Kein Philosoph vom Fach, wie man heute sagen würde. Ein tief religiös und ethisch gerichteter, mit allerlei Philosophie und Theosophie seines Landes vertrauter und dafür begeisterter Dichter, der aus dem Überschwang seiner Empfindung heraus in wechselnden Stimmungen redet. Das ließ in der Tat so manche in Konsequenzen erklärlich und entschuldbar erscheinen. Dennoch war es nicht leicht, sich mit diesen Dingen abzufinden, wenn man sich in das Studium der Bhagavad-Gita mit einigem Ernst vertiefte. Der Dichter bekannte sich anscheinend deutlich zur Sankhya-Yoga-Lehre. Er nannte sie öfters mit ihrem Namen, pries ihre Weisheit mit hochklingenden Worten und sagte direkt, daß er sie verkünde. Er gab das dualistische Grundprinzip dieser Lehre klar an, bediente sich einer ihr so charakteristischen Theorie wie der Lehre von den drei Gunas, den drei Qualitäten, nach denen die ganze Welt geordnet und eingeteilt ist, Sattva, Güte oder Wesenheit, Rajas, Leidenschaft, Tamas, Finsternis und anderes mehr. Aber es fehlte auch nicht an zahlreichen Versen, die ganz deutlich Vedanta-Gedanken aussprachen, Gedanken, die ganz wohl in einer Upanishad stehen konnten und die es durchaus begreiflich erscheinen ließen, daß die Bhagavad-Gita selbst geradezu als eine Upanishad bezeichnet wurde, respektive die einzelnen Kapitel derselben als Upanishaden. Vedanta und Sankhya liegen weit auseinander. Der Vedanta, dessen feste Grundlage in den Upanishaden, den ältesten philosophischen Traktaten der Inder vorliegt, ist streng monistisch und idealistisch, die indische Alleinslehre. Der Atman Brahman, die heilige Weltseele, ist der Urgrund alles Seins, aus ihm allein ist alles, ist die gesamte Welt hervorgegangen, wie die Funken aus dem Feuer springen, wie das Spinngewebe aus dem Leibe der Spinne hervorgeht, wie die Töne aus der gespielten Laute herausquellen. Unsere eigene Seele aber ist im innersten Kern mit dieser Weltseele identisch. Nur ein Irrtum lässt uns überall Verschiedenheit sehen, denn in Wahrheit ist das ganze All nur eins, das En-Kai-Pan, und das Prinzipium Individuationis, ist bloß eine Täuschung, durch Unwissenheit erzeugt, bloß ein Schein. Wer diese Täuschung erkennt, diesen Schein durchschaut, in allem nur das Eine sieht, den einen Herrn, sich selbst als identisch mit dem Atman Brahman erkennt, der ist erlöst. Die Sankhya-Philosophie ist im Gegensatz dazu streng dualistisch, realistisch und rationalistisch. Sie geht von dem aus, was die empirische Beobachtung uns darbietet. Die Materie, Natur, auf der einen Seite, eine Vielheit individueller Seelen auf der anderen Seite, das sind nach dieser Lehre die beiden total voneinander verschiedenen, gleicherweise ewigen Prinzipien, aus denen diese Welt zusammengesetzt und aufgebaut ist. Die vielen individuellen Seelen sind in die Körper gebannt, sie wandern durch die Körper von einem zum anderen, bis endlich die Seele zu der Erkenntnis ihrer totalen, wesenhaften Verschiedenheit von dem Körper gelangt. Dann ist sie erlöst, dann wandert sie nicht weiter nach dem Tode, ist für immer von dem Körper befreit. Von einem Gott, von einer Weltseele, ist in diesem System nicht die Rede. Wie war es möglich, in ein und demselben Dichterwerke so fundamental verschiedene Lehren wie Sankhya und Vedanta zu vereinigen, zu mischen oder auch nur nebeneinander zu verkünden? Und wie ging es zu, wie ließ es sich erklären, daß ein Gedicht von so ausgesprochen theistischer Tendenz wie die Bhagavad-Gita, der Verherrlichung des großen Gottes Krishna-Vishnu gewidmet, gerade die Sankhya-Lehre sich zur philosophischen Grundlage erwählen konnte, die Sankhya-Lehre, deren atheistischer Charakter so deutlich hervortrat. Hier lagen große Rätsel verborgen, doch sie sollten nicht vergeblich ihrer Lösung harren. Die Lösung wurde in zielbewusster Weise vorbereitet durch die gründliche Erforschung der altindischen Philosophie, der sich die europäischen Indologen insbesondere in den letztvergangenen drei Jahrzehnten mit großem Erfolge gewidmet haben. Gerade die deutschen Gelehrten sind an dieser Arbeit in erster Linie beteiligt gewesen, allen voran Paul Deussen und Richard Garbe, welche beide sich ein unvergängliches Verdienst um diesen Zweig der Forschung erworben haben. Doch der erste Anstoß, durch welchen der philosophische Inhalt der Bhagavad-Gita in ein ganz unerwartet neues Licht gestellt werden sollte, erfolgte von anderer Seite her. Er ging von dem scharfsinnigen und gelehrten Jesuitenpater Josef Dahlmann aus, der sich mit großer Energie in das gewaltige indische Epos und die überaus schwierige Frage seiner Entstehung und Zusammensetzung hineingearbeitet hatte. Dahlmann veröffentlichte zunächst im Jahre 1895 ein geistvolles Buch über das Mahabharata als Epos und Rechtsbuch und ließ demselben schon in dem darauf folgenden Jahre ein glänzend geschriebenes Werk über den wichtigen Begriff des Nirvana folgen, das als Studie zur Vorgeschichte des Buddhismus bezeichnet war, in der Tat aber weit mehr bot, als sich nach diesem Titel erwarten ließ. In diesem Buch untersuchte der Verfasser mit großem Scharfsinn die älteste Entwicklung der Philosophie wie bei den Indern, kam vielfach zu neuen Resultaten und versuchte aufgrund derselben ebenso kühn wie energisch eine neue Konstruktion der Entstehung und Entwicklung des indischen Denkens. Er bemühte sich zu zeigen, dass der nüchtern rationalistischen und atheistischen Sankhya-Philosophie, wie sie uns aus den erhaltenen Lehrbüchern des indischen Mittelalters bekannt ist, eine ältere, noch ganz und gar theistische Form eben derselben Philosophie vorausgegangen sein möchte. Und er findet diese ältere Form der Sankhya-Philosophie in dem großen Epos Mahabharata, insbesondere auch in der berühmtesten philosophischen Episode derselben, unserer Bhagavad-Gita, erhalten. Was man früher als das Resultat eines Synkretismus, einer Verschmelzung von Sankhya und Yoga mit theistischen und Vedantistischen Elementen ansah, das erklärte Dahlmann kühn für das Ältere, Ursprünglichere, aus dem die uns bekannte Form der rationalistischen und atheistischen Sankhya-Lehre erst auf dem Wege einer jahrhundertelangen Umbildung sich entwickelt hätte. Durch diese Theorie wurde der Bhagavad-Gita, wie auch den anderen philosophischen Partien des Mahabharata ein sehr viel höherer Wert zugesprochen, als man ihnen früher beizumessen wagte. Und es steht dieselbe in deutlichem Zusammenhang mit Dahlmanns Ansicht von dem hohen Alter, dem organischen Wachstum und durchaus einheitlichen Charakter des Mahabharata, welches er sich schon lange vor Buddha entstanden und ohne wesentliche Veränderung erhalten denkt, im Gegensatz zu der herrschenden Theorie einer mehrfach stattgefundenen, tiefgreifenden Überarbeitung, die übrigens auch in der Tradition eine starke Stütze hat. Im Ganzen hat Dahlmanns geistreich und scharfsinnig verfochtene Hypothese bei den kompetenten Fachgenossen nur wenig Beifall gefunden, speziell der Theorie, dass die Bhagavad-Gita und verwandte philosophische Teile des großen Epos eine ältere, respektive die älteste Form der Sankhya-Lehre uns darböten, ist einer der vorzüglichsten Kenner der altindischen Philosophie, Hermann Jacobi, mit nüchterner Kritik sehr bestimmt entgegengetreten. Sie fand auch sonst entschieden mehr Ablehnung als Beistimmung, trotzdem Dahlmanns Buch überaus fesselnd geschrieben ist und die Theorie in seiner Darstellung etwas sehr Bestechendes hat. Die meisten Forscher, so Garbe, Jacobi, Pischel und andere, hielten an der Anschauung fest, dass wir in der Bhagavad-Gita und den verwandten philosophischen Texten des Mahabharata im Ganzen, das heißt in der vorliegenden Form, nichts Altes und Ursprüngliches vor uns haben, vielmehr jüngere Entwicklung, Weiterbildung, Kontamination und Verschmelzung verschiedener Lehren, somit also Texte von nur mäßiger Bedeutung für die Geschichte der indischen Philosophie. Diesen Standpunkt klar und bestimmt, mit ebenso viel Scharfsinn wie gründlichster Sachkenntnis unter Aufstellung wesentlich neuer Gesichtspunkte verfochten und bis in seine letzten Konsequenzen hinein verfolgt zu haben, ist das unleugbare Verdienst von Richard Garbes Übersetzung der Bhagavad-Gita und der ihr vorausgeschickten eingehenden und hochinteressanten Einleitung. Wenn dabei Dahlmanns energischer Vorstoß in ganz anderer Richtung unberücksichtigt beiseite liegen blieb, so tut das dem Werte des von Gabe hier positiv gebotenen keinen wesentlichen Eintrag. Adolf Holzmann der Jüngere glaubte die Widersprüche in der Bhagavad-Gita in der Weise erklären zu können, daß er annahm, das Gedicht habe in seiner ursprünglichen Form einen ganz pantheistischen Charakter getragen, sei aber dann in dem Sinne einer speziellen Verehrung des Krishna Vishnu, des zum Gotte erhobenen epischen Helden, theistisch umgearbeitet worden. Gerade umgekehrt will Richard Gabe die Sache angesehen wissen. Er betont mit Recht, daß der ganze Charakter des Gedichtes, seiner Anlage und Ausführung nach, überwiegend theistisch sei. Ein persönlicher Gott, Krishna, tritt auf, in der Gestalt eines menschlichen Helden, trägt seine Lehren vor, fordert von dem Hörer, neben Pflichterfüllung, vor allen Dingen gläubige Liebe zu ihm und Ergebung, offenbart sich dann in besonderer Gnade in seiner überirdischen, aber immer noch menschenähnlichen Gestalt und verheißt dem Gläubigen als Lohn der Gottesliebe, daß dieser nach dem Tode zu ihm eingehen, in die Gemeinschaft Gottes gelangen werde. Dieser persönliche Gott Krishna, dessen Verehrung die ursprüngliche Fassung des Gedichtes mit Hilfe der Sankhya-Yoga-Lehre philosophisch zu fundieren gesucht hätte, sei dann erst später durch eine Vedantistische Überarbeitung des Textes, die auch in anderen Teilen des Mahabharata sich erkennen lasse, zum All-Gott erhoben worden. Krishna ist die große Gestalt, die im Mittelpunkt der Bhagavad-Gita steht. Er ist selbst der Bhagavand, der Erhabene, als dessen Sang, Gita, das Gedicht bezeichnet wird. Er ist es, nachdem auch die alte monotheistische Sekte der Bhagavatas sich benennt, als deren vornehmstes Erbauungsbuch, wir die Bhagavad-Gita zu betrachten haben, ja, der sogar aller Wahrscheinlichkeit nach, als der Stifter dieser Sekte anzusehen ist. Davon geht Gabe aus, und darauf legt er mit Recht ein besonderes Gewicht. Krishna, der Sohn des Vasudeva und der Devaki, der schon in der Chandogya Upanishad erwähnt wird, und zwar in sehr charakteristischem Zusammenhang mit ausgesprochen ethischen Lehren, er ist bekanntlich einer der Haupthelden des Mahabharata, speziell der nationale Held des Stammes der Yadava, dem er entsprossen. Aber er ist nicht nur ein sagenhafter Held, er ist ein wirklicher Mensch, eine historische Person gewesen, ein streitbarer Krieger, der zugleich Religionsstifter war, der in seinem Volke und unter den Verwandten Nachbarstämmen eine theistische respektive monotheistische Religion begründete, die in der Folge eine starke Lebenskraft bewährt hat und durch Ramanuja im 12. Jahrhundert nach Christus neu reformiert zu hoher Bedeutung gebracht ward, die bis in die Gegenwart noch fortdauert. Es war von Anfang an eine populäre Religion, die unabhängig von der vedischen Überlieferung und von dem eigentlichen Brahmanentum wahrscheinlich von vornherein die moralische Seite betonte. Eine kraftvoll ethische Kshatriya-Religion, jener von Garbe schon früher so eindrucksvoll geschilderten Zeit entsprossen, in welcher die Krieger und Könige in Indien so vielfach anstelle der Priester die geistige Führung an sich gerissen hatten. Einige Jahrhunderte vor Buddha dürfte dieser Held im doppelten Sinne des Wortes wohl gelebt haben, der nach seinem Tode dann selbst zum Gott erhoben, respektive als eine Verkörperung des von ihm verkündigten und gefeierten großen einen Gottes betrachtet wurde. Einem Zuge der Zeit und des Volkscharakters folgend, bemühte man sich nachmals, die Verehrung dieses vergöttlichten Religionsstifters Krishna auch philosophisch tiefer zu studieren, und verwendete dazu das altberühmte System der Sankhya-Lehre, respektive Sankhya-Yoga, dessen realistischen und dualistischen, rationalistischen und atheistischen Charakter ich bereits oben mit kurzen Zügen zu schildern versucht habe, ebenso wie seinen naturgemäß scharfen Gegensatz zu der ganz idealistischen All-Eins-Lehre des Vedanta, der Upanishaden. Diese Verbindung des ursprünglichen Monotheismus der Bhagavatas mit den Lehren des Sankhya-Yoga erforderte, wie Garbe hervorhebt, mancherlei Umdeutungen und Entstellungen der beiden Systeme, denn nur so konnte der Theismus der Bhagavatas mit den Lehren des ausgesprochen atheistischen Sankhya-Systems und des nur äußerlich mit einer theistischen Etikette versehenen Yoga-Systems verbrämt werden. Wenn deshalb die Gita zahlreiche Abweichungen von den ersten Sankhya-Yoga-Lehren, das heißt von den in den Lehrbüchern der beiden Systeme vertretenen Anschauungen aufweist, so wäre es ganz verfehlt, hier ältere Stufen des Sankhya-Yoga zu erblicken. In der Folge wäre dann noch Krishna mit dem großen brahmanischen Gotte Vishnu identifiziert und die sektiererische Religion der Bhagavatas durch diesen Prozess dem eigentlichen Brahmanentum ganz einverleibt worden. Dies wäre nach Garbe der Standpunkt des echten alten Gedichtes der Bhagavad-Gita gewesen, Verehrung des zum Gotte erhobenen, mit Vishnu identifizierten Krishna, nicht ohne Gewaltsamkeit aufgebaut auf der philosophischen Grundlage der Sankhya-Yoga-Lehre. Viel später, als dann die All-Eins-Lehre des Vedanta zur Vorherrschaft gelangte und in immer weiteren Kreisen populär wurde, so daß diese Bewegung auch das große Epos berührte und stark in Mitleidenschaft zog, hätte nach Garbes Darstellung eine Vedantistische Überarbeitung der Bhagavad-Gita wie auch anderer Teile des Mahabharata stattgefunden, seiner Berechnung nach etwa im zweiten Jahrhundert nach Christus, und damit erst wäre dem berühmten Gedichte diejenige Fassung gegeben worden, in welcher dasselbe auf uns gekommen ist. Kein Wunder also, daß es an Widersprüchen und Unstimmigkeiten aller Art nur allzu reich ist. In seiner Übersetzung hat Garbe den kühnen Versuch gemacht, die von ihm vorausgesetzten Zusätze, im Sinn und Geist der Vedanta-Lehre, in der Weise auszuscheiden, daß er sie durch kleineren Druck charakterisierte. Er glaubte dadurch mehrfach einen besseren Zusammenhang des Textes wiederhergestellt zu haben, als die überlieferte Form des Gedichtes ihn uns darbietet. Ganz anders sieht Deussen die Sache an. Ganz anders und weniger gewaltsam lösen sich in seinen Augen jene scheinbaren und wirklichen Widersprüche und Unstimmigkeiten der Bhagavad-Gita. Ein Jahr nach dem Erscheinen von Garbes Übersetzung der Bhagavad-Gita ließ Deussen die Seinige erscheinen und zwei Jahre darauf 1908 kam die dritte Abteilung des ersten Bandes seiner allgemeinen Geschichte der Philosophie heraus, in welcher die nachwedische Philosophie der Inder, darunter auch die Philosophie des Epos, die Philosophie der Bhagavad-Gita in grundlegender, sehr überzeugender Weise behandelt wurde. Schon in dem Vorwort zu seiner Übersetzung der vier philosophischen Texte des Mahabharatam spricht sich Deussen dahin aus, dass er in der Bhagavad-Gita nicht das Produkt eines philosophischen Synkretismus, nicht eine Mischphilosophie, sondern eine Übergangsphilosophie zu sehen geneigt sei, nicht das Resultat wiederholter Vermengung verschiedener Systeme, sondern ein organisch gewachsenes Denken, das den Übergang von der alten Philosophie der Upanishaden zu den späteren Systemen bildete. Und wenn er in seiner Übersetzung das Wort Sankhya durch Reflexion oder berechnende Überlegung, das Wort Yoga durch Hingebung, Verinnerlichung, Meditation wiedergibt, so ließ sich schon daraus entnehmen, dass Deussen unter diesen Worten etwas wesentlich anderes verstehe als die später wohlbekannten Systeme, welche den Namen Sankhya und Yoga tragen. Bestätigung und weitere Aufklärung ließen nicht lange auf sich warten. In der dritten Abteilung des ersten Bandes seiner allgemeinen Geschichte der Philosophie schildert uns Deussen in der Tat die Philosophie des epischen Zeitalters, speziell auch die Philosophie der Bhagavad-Gita als eine Übergangsphilosophie der soeben angedeuteten Art, für welche er die Zeit etwa von dem Jahre 500 bis 200 vor Christus in Anspruch nimmt. Er weist mit vollem Rechte darauf hin, daß schon die Sprache und die Metrik des großen Epos in der Mitte stehen und einen Übergang bilden von der Zeit des Veda zu derjenigen des klassischen Sanskrit im indischen Mittelalter. Mehr aber noch als Sprache und Metrum sind es die im Mahabharata vorliegenden philosophischen Gedanken, welche unzweifelhaft das verbindende Mittelglied zwischen der Veda-Philosophie der Upanishaden und den philosophischen Systemen der klassischen Zeit, vor allem dem späteren Sankhya bilden. Und wo sonst, wenn nicht in diesen, nach Sprache, Metrik und Gedanken zwischen der vedischen und der klassischen Literatur die mittehaltenden epischen Texten, hätten wir den Übergang vom Idealismus der älteren Upanishads zum Realismus des klassischen Sankhya zu suchen? Freilich sind diese nicht die ursprünglichen, für uns verlorenen Denkmäler jenes Entwicklungsganges, sondern enthalten nur deren poetische Reflexe im Geiste der Mahabharata Dichter, welche keine systematischen Denker waren und daher oft ältere und jüngere Gedanken in einer wenig zusammenstimmenden Weise bunt durcheinander mischen. In diesem Sinne ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man in ihrer Philosophie eine Mischung sieht, nicht sowohl zwischen der Upanishad Lehre und dem klassischen Sankhya, als vielmehr zwischen den verschiedenen Phasen, welche von jener zu diesem im Verlaufe mehrerer Jahrhunderte übergeleitet haben. Die letztere Bemerkung Deussens stimmt durchaus zu der früher von uns angeführten Äußerung Wilhelm von Humboldts. Im Übrigen zeigt sich seine Annahme und Feststellung einer in den epischen Texten uns erhaltenen Übergangsphilosophie ganz unleugbar nahe verwandt mit der Theorie Dahlmanns von einer im Epos und speziell auch in der Bhagavad-Gita aufbewahrten älteren Form der Sankhya-Lehre, die sich von der späteren atheistischen Lehre dieses Namens durch einen kraftvollen theistischen Zug deutlich genug unterschieden und an die ältere Spekulation über das Brahman Atman angelehnt hätte, respektive aus ihr hervorgewachsen wäre. Ein Sankhya also, das noch tatsächlich Brahmavidya, das heißt, noch Brahman Wissenschaft war. Allerdings wären nach Deussens Ansicht die Worte Sankhya und Yoga in den epischen Texten überhaupt noch gar nicht als Bezeichnungen philosophischer Systeme zu fassen, wie dies in späteren Zeiten der Fall ist. Ursprünglich aber haben sie eine andere Bedeutung und sind nur verschiedene Methoden, um zu demselben Ziele, nämlich zur Erlangung des Atman zu führen, welcher einerseits als die ganze unendliche Welt sich ausbreitet, andererseits voll und ganz im eigenen Inneren zu finden ist. Im ersteren Sinne kann der Atman erfasst werden durch Reflexion über die mannigfaltigen Erscheinungen der Welt und ihre innere Wesensidentität und diese Reflexion heißt Sankhya von Sam plus Kya berechnen reflektieren andererseits ist der Atman ergreifbar durch Zurückziehung von der Außenwelt und Konzentration auf das eigene Innere und diese Konzentration heißt Yoga. Die Philosophie der epischen Zeit ist aus der Atman Lehre der Upanishads hervorgewachsen und schließt sich zunächst an diese an, um sich erst nach und nach von derselben zu entfernen. Neben reinen Upanishad-Gedanken finden wir daher in den epischen Texten auch vielfach andersartige Gedanken und Lehren, unter denen die Ansätze und weiterentwickelten Ansätze zu den späteren Systemen des Sankhya und Yoga oft schon recht deutlich hervortreten. Die Gedanken der All-Eins-Lehre, der Upanishaden oder des Vedanta wären demnach aber doch durchaus als die Älteren zu betrachten, diejenigen, welche zu dem späteren Sankhya und Yoga stimmen, als die Jüngeren. Die historische Darstellung muss sich bemühen, deutlich zu sondern, was im Epos durcheinander wogt, und zu zeigen, wie der ursprüngliche Idealismus der Upanishad-Lehre nach und nach zum Realismus des Sankhya-Systems sich verhärtet. Wie man sieht, eine durchaus andere Ansicht als diejenige, für welche Garbe eintritt. Sie hat vor der Letzteren den unleugbaren Vorzug, dass unter diesem Gesichtspunkt die Philosophie der Bhagavad-Gita wie diejenige des Epos überhaupt als ein ganz natürlich und einfach organisch gewachsenes Gebilde sich darstellt, welches aus der in den philosophischen Texten der jüngsten Wederperiode den Upanishaden verkündeten All-Eins-Lehre, der Atman-Philosophie oder Brahman-Wissenschaft ganz unmittelbar hervorgeht, um dann allmählich und ganz naturgemäß zu späteren Lehren und Systemen hinüberzuleiten. Die Annahme gewaltsamer Konstruktionen und Überarbeitungen, die geflissentlich bemüht gewesen wären, den ursprünglichen Charakter der ursprünglich hier verkündeten philosophischen Gedanken zu verwischen und zu verdecken, die Annahme der ganz unnatürlichen Zusammenschweißung einer ausgesprochen theistischen Religion mit einer ebenso ausgesprochen atheistischen Philosophie kommen in Wegfall. Und ein weiterer Vorzug in Deussens Betrachtung ist seine umfassende Heranziehung der anderen philosophischen Texte des Mahabharata, zu denen die Bhagavad-Gita gehört und in deren Mitte sie durchaus organisch hineinpasst. Man hat den Eindruck einer durchaus gutmöglichen Entwicklung. Und es liegt auf der Hand, dass eine theistische Religion wie der Held und Religionsstifter Krishna sie nach Garbes überzeugenden Ausführungen verkündet zu haben scheint, nicht nur sehr natürlich in der letzten Veda-Zeit erwachsen konnte, die an monotheistischen Neigungen und Ansätzen auch sonst noch so manches aufweist, respektive in der Zeit des Übergangs vom Veda zum Epos, sondern dass auch eine solche Religion sich recht einfach und natürlich mit der Atman-Brahman-Lehre der Upanishads verbinden mochte, weit natürlicher als mit einer ausgesprochen atheistischen Lehre, wie die eigentliche Sankhya-Philosophie dieselbe darbietet. Gerade unter dieser Voraussetzung versteht man sehr viel besser, wie der kraftvolle Theismus der Krishna-Religion der innige Gottesglaube, die hingebende Gottesliebe, die sogenannte Bhakti der Bhagavatas, sich unentstellt auf der philosophischen Grundlage erheben und erhalten konnte, die man ihr untergebaut hatte. Entwicklungsansätze und kräftig vorschreitende Gedanken in ganz anderer Richtung waren damit, wie wir bereits gemerkt haben, nicht ausgeschlossen. Dass aber die Gottesliebe nach der Bhagavad-Gita der Gipfel aller Weisheit ist, dass dieser erhabene religiöse Begriff geradezu den Grundton der Bhagavad-Gita bedeutet, auf den alles gestimmt ist, in dem alles ausklingt, und dass gerade dadurch dies Gedicht als Lehrbuch der Bhagavads deutlich hervortritt, hat Gabe selbst sehr eindrucksvoll geschildert. Die Bhagavad-Gita ist, wie er sagt, das hohe Lied der Bhakti, der gläubigen und vertrauensvollen Gottesliebe. Sowohl auf dem Wege der Erkenntnis, wie auf dem der selbstlosen Pflichterfüllung, führt die Liebe zu Gott mit unbedingter Sicherheit zum Ziel. Von diesem Gedanken ist das ganze Gedicht erfüllt, um ihn zu verkünden, ist es verfasst worden. Das ist in der Tat der herzerwärmende, begeisternde Kern des herrlichen Gedichtes, die zentrale Kraft desselben, die das Ganze durchstrahlt und in Verbindung mit den erhabensten philosophischen Gedanken ihm immer aufs Neue in Ost und West die Herzen erobert hat. Als die köstlichste Frucht dieses Wunderbaums aus dem fernen Osten erscheint aber weiter jene reine, strenge, erhabene, mannhaft tapfere Sittenlehre, deren wir bereits gedacht haben, deren ganze Schönheit aber nur das Gedicht selbst offenbaren kann. Ich verzichte darauf, den Inhalt desselben hier auch nur in flüchtigen Strichen zu zeichnen. Es ist besser, den Text selbst reden zu lassen. Auch aus dem Grunde, weil eine eigentliche Gedankenentwicklung gar nicht vorliegt. Gleich in seiner ersten Rede, ja in den ersten Versen derselben, offenbart Krishna den innersten Kern seiner Weisheit, zu dem er auf den verschiedensten Wegen immer wieder zurückkehrt. Es Es ist ganz richtig, was Richard Fritsche in seiner schönen Besprechung von Deussens vier philosophischen Texten des Mahabharata, deren Perle ja die Bhagavad-Gita darstellt, darüber bemerkt. Die Texte lassen sich wie in Bibelsprüche zerlegen und zeigen auch keinen eigentlichen Gedankenfortschritt, sondern es ist, wie Goethe im westöstlichen Divan sagt, dein Lied ist drehend wie das Sterngewölbe, Anfang und Ende immerfort dasselbe. Ende der Einleitung Erster Gesang von Bhagavad-Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Erster Gesang Dritarashtra sprach Im heilgen Land, im Kuruland, zusammentreffend, kampfbereit, was taten dort, O Sanjaya, die Meinen und die Pandava? Sanjaya sprach Als nun Duryodhana, das Heer der Pandus, aufgestellt sah, da trat er zu dem Lehrer hin, der König, und sprach dieses Wort Sieh dort, der Pandusöhne her, O Lehrer, das Gewaltige, von deinem Schüler aufgestellt, dem klugen Sohn des Drupada. Da stehen Helden, Pfeilschützen, dem Arjuna und Bhima gleich, Yuyodhana und Virata und Drupada, der Wagenheld, Vrishtaketu, Cekitana und Kachis, heldenhafter Fürst, Purujit und Kuntiboja und Chayvia auch, der Männerstier, Yudhamanyu, der tapfre Held und Uttamaujas, Kraft begabt, Subhadras Sohn, der Draupadi Söhne, auf hohen Wagen all, die Besten aber auch bei uns, was Nimm, Bester der Brahmanen, die Führer dieses meines Heer, dich zu erinnern, nenn' ich sie. Du selbst und Bhishma, Karna auch und Kripa, der im Kampfe siegt, Ajwataman und Vikarna, wie auch des Somadatta Sohn, und viele andere Helden noch, ihr Leben opfernd, meinethalb. Schwingend der Waffen mancherlei, sie alle mit dem Kampf vertraut. Nicht ist genügend unser Heer, ob Bhishma auch sein Führer ist, genügend aber ist ihr Heer, an dessen Spitze Bhima steht. In all den Heeresreihen hier am rechten Platze aufgestellt, sollt denn ihr all, wie viel ihr seid, den Bhishma schützen, wie ihr könnt. Drauf, ihm erweckend Kampfesmut, blies laut das Muschelhorn der Greis, der Heereahn des Kudu-Stamms, daß es wie Löwenbrüllen scholl. Die Muscheln und die Pauken drauf, die Trommeln und Drometen all, die wurden da mit Macht gerührt, daß zum Getöse wuchs ihr Schall. Auch Krishna und das Pandu-Sohn bliesen die Himmelsmuscheln laut, auf hohem Wagen stehend da, von lichten Rossen fortgeführt, Krishna die Dämon-Muschel blies, die Gott geschenkte Arjuna. Die große Muschel Paundra blies der Schreckensmann Wolfs eingeweiht. Die Siegesmuschel blies der Fürst, der Kunti-Sohn Yudhishthira, doch Nakula und Sahadev auf Tonreich und Juwelen blüht. Der Kachi-Fürst, der beste Schütz, und Chikandin zu Wagen hoch, Virata, Drishtadyumna und Satyakas unbesiegter Sohn, Drupada samt der Enkel-Schah und Abhimanyu starken Arms, sie bliesen all, o Erdenherr, auf ihren Muscheln, hier und dort. Und dies Getön zerspaltete der Dhritarashtra-Söhne Herz, da es den Himmel und die Erd von wirrem Lärm erdröhnen ließ. Als Arjuna nun vor sich sah, der Dhritarashtra-Söhne Schah und der geschosse Regen schon begann, hob er den Bogen hoch, sodann, zu Krishna hingewandt, sprach er dies Wort, o Erdenherr. Inmitten beider Heere hier, halt, ewiger du, den Wagen an, bis ich mir diese angesehen, die kampfbegierig stehen in Reihen, mit wem ich denn da kämpfen soll im heißen Mühen dieser Schlacht. Zum Kampf bereit sehe ich sie stehen, die hier am Ort versammelt sind, dem argen Dhritarashtra-Sohn im Streite ihren Arm zu leihen. Also gemahnt, von Arjuna hielt Krishna gleich, o Bharata, inmitten beider Heere dort, den Herrlichsten der Wagen an. Vor Bhishma und vor Dronadan und vor den Erdenherrschern all, sprach er, »Sieh, Sohn der Prita, dort herbeigeströmt der Kurusha!« Da sah der Sohn der Prita stehen, die Väter und Großväter dort, Lehrer, Brüder und Ohrheime, Söhne, Enkel und Freunde auch, schwer wie auch Gefreundete, in beiden Heeren gleicher Weiß. Als alle die Verwandten dort der Kunti-Sohn kampffertig sah, von höchstem Mitleid übermannt, sprach er kleinmütig dieses Wort. Arjuna sprach, »Ich sehe der Verwandten-Schar, o Krishna, kampfbereit genaht. Da werden meine Glieder schwach, und es verdorrt mir der Mund. Ein Zittern geht durch mein Gebein, und meine Haare sträuben sich. Gandiva sinkt mir aus der Hand, die Haut an meinem Körper brennt. Nicht länger kann ich aufrecht stehen, wie unsteht, irrt mein Geist umher. Und Zeichen schau ich, aber ach, gar böse Zeichen, Ketchava! Kein Heil mehr seh ich, wenn im Kampf ich die Verwandten umgebracht. Krishna, den Sieg begehr ich nicht, noch Herrschaft, noch die Freuden all. Was soll die Königsherrschaft uns, was der Genuß, das Leben selbst? Um deren Willen wünschenswert Herrschaft, Besitz und Freuden sind, die stehen in Reihen hier im Kampf aufopfernd Leben, Hab und Gut. Lehrer, Väter und Söhne sind's, und ebenso Großväter auch. Ohrheime, Schwerer, Enkel sind's, Schwäger wie auch Verwandte sonst. Diese zu töten, wünsche ich nicht, und sollten sie mich töten auch. Selbst um der Dreiweltherrschaft nicht, wie denn um Erdenherrschaft nur. Wenn Dhritarashtras Söhne wir gefällt, wie würden je wir froh? Die Sünde haftete uns an, wenn diese Gegner wir gefällt. Darum nicht dürfen töten wir der Blutsverwandten Kurusha. Wenn wir den eigenen Stamm gefällt, wie könnten wir je glücklich sein? Und wenn auch diese es nicht sehen, durch Gier beraubet des Verstands, dass Sünde im Verwandtenmord und Schuld in Freundeskränkung liegt, wie sollten wir's verstehen nicht, vom Bösen uns zu wenden ab, die wir doch den Verwandtenmord als Sünde deutlich vor uns sehen? Bei Stammesmord zugrunde gehen die alten Stammespflichten auch. Ist dies geschehen, bemächtigt sich das Unrecht bald des ganzen Stamms. Dann, durch des Unrechts Übermacht, sind bald verderbt des Stammes Frauen, und sind die Frauen erst verderbt, tritt auch die Kastenmischung ein. Die Mischung führt zur Hölle hin, die Stammesmörder wie den Stamm. Verlust der Mahnenopfer stürzt die Väter aus der selgen Reich, so durch der Stammesmörder Schuld, die selbst zur Kastenmischung führt, auflösen sich die ewigen Standes- und Stammespflichten all. Wo aber in der Menschenwelt die Stammespflichten aufgelöst, folgt unausweichlich Höllenpein als Strafe, also hörten wir. O weh! wie schwere, sündige Tat sind wir entschlossen hier zu tun, da aus Begier nach Thron und Glück wir morden wollen unseren Stamm. Wenn wehrlos, ohne Widerstand, die Dhritarashtra-Söhne mich erschlagen wollten in dem Kampf, fürwahr mir würde wohler sein. Sanjaya sprach, So sprach im Kampfe Arjuna und ließ im Wagen nieder sich, ließ fahren Pfeil und Bogen da, durch Schmerz verwirrt in seinem Geist. Ende des ersten Gesangs Zweiter Gesang von Bhagavad-Gita, des Erhabenen Sang, übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Gesang Sanjaya sprach, Als so von Mitleid übermannt und tränenüberströmten Augs Arjuna in Betrübnis sank, sprach Krishna zu ihm dieses Wort. Der Erhabene sprach, Woher kommt dieser Kleinmut dir im Augenblicke der Gefahr? Unrühmlich und unwürdig ganz des edlen Manns, o Arjuna! Verbanne die Unmännlichkeit, sie ziemt dir nicht, o Pritason. Die Schwäche, die erbärmlich ist, gib auf, erhebe dich, du Held! Arjuna sprach, Wie soll ich hier in diesem Kampf Den Bhishma und den Drona auch, Die beide ich verehren muss, Mit scharfen Pfeilen greifen an? Weit besser die hochwürdgen Lehrer schonen Und Bettlerbrot auf dieser Erde essen. Denn töd ich sie, ob sie auch Schätze lüstern, Mit Blut befleckt fortan wär meine Speise. Wir wissen's nicht, was mehr uns würde frommen, Wenn wir die Sieger, wenn wir die Besiegten? Was soll das Leben uns, Wenn wir getötet die Kodosöhne, Die dort vor uns stehen? Die jammervolle Lage bricht mein Wesen, Die Pflicht verwirrt sich mir. Ich muss dich fragen, Was wär die bessere Entschließung, Sag mir's! Dein treuer Schüler bin ich, Lehre du mich. Nicht seh ich, was den Gram mir je verscheuchte, Der meine Sinne ganz ausdörren müßte. Erlangt dich auch der Erde reichste Krone, Ja bei den Göttern selbst die Oberherrschaft. So sprach der Ringellockige, Der Held, zum ew'gen Gott gewandt, Ich will nicht kämpfen, Also rief noch einmal er, Dann war er still. Doch lächelnd sprach zu ihm darauf, Als er ihn so voll Kleinmut sah, Inmitten beider Heeresrein, Der heil'ge Krishna, dieses Wort. Der Erhabene sprach, Du redest gut, Allein du klagst um die, Die nicht beklagens wert. Nicht Tote, noch auch Lebende, Beklagt jemals der weisen Schar. Nie war die Zeit, da ich nicht war, Und du und diese Fürsten all, Noch werden jemals wir nicht sein, Wir alle in zukünftiger Zeit. Denn wie der Mensch in diesem Leib Kindheit, Jugend und Alter hat, So kommt er auch zu neuem Leib, Der Weise wird da nicht verwirrt. Der atome Berührung nur Ist kalt und warm, Bringt Lust und Leid, Sie kommen, gehen, Ohn Bestand, Ertrage sie, Oh Barata. Der weise Mann, Den diese nicht erregen, Oh du starker Held, Der Leid und Lust Gleichmütig trägt, Der reift für die Unsterblichkeit. Es gibt kein Werden aus dem Nichts, Noch wird zu Nichts Das Seiende. Die Grenze beider Ist erschaut von denen, Die die Wahrheit schauen. Doch wisse, Unvergänglich ist die Macht, Durch die das All gewirkt. Des ewigen Vernichtung Kann bewirken niemand, Wer's auch sei. Vergänglich sind die Leiber nur, In ihnen weilt der ew'ge Geist, Der unvergänglich, unbegrenzt. Drum kämpfe nur, Du Barata. Wer denkt, Es töte je der Geist, Oder werde getötet je, Der denkt nicht recht. Er tötet nicht, Noch wird jemals getötet er. Niemals wird er geboren, Niemals stirbt er. Nicht ist geworden er, Noch wird er werden. Der ungeborene, ewige, alte, Nimmer wird er getötet, Wenn den Leib man tötet. Wer ihn als unvernichtbar kennt, Als ewig und unwandelbar, Wie kann ein solcher töten je, Wie töten lassen, Britasohn? Gleich wie ein Mann Die altgewordenen Kleider ablegt, Und andere neue Kleider anlegt, So auch ablegend seine alten Leiber, Geht ein der Geist In immer andere neue. Es schneiden ihn die Waffen nicht, Es brennet ihn das Feuer nicht, Es nässet ihn das Wasser nicht, Es dörret ihn auch nicht der Wind. Zu schneiden nicht, Zu brennen nicht, Zu nässen nicht, Zu dörren nicht. Er ist beständig, Überall, fest, ewig, Unerschütterlich, Unsichtbar und unvorstellbar Und unveränderlich, Heißt er. Darum, sobald du ihn erkannt, Darfst du nicht mehr beklagen ihn. Und wenn für stets geboren auch, Für stets gestorben du ihn hältst, Doch darfst du, Held mit starkem Arm, Um diesen Trauern nimmermehr. Denn dem Geborenen ist der Tod, Dem Toten die Geburt bestimmt. Da unvermeidlich dies Geschick, Darfst nicht darüber trauern, du. Unsichtbar sind die Anfänge der Wesen Und ihr Ende auch, Die Mitte nur ist sichtbar uns, Was gibt's für Grund zur Klage da? Der eine schauet ihn als wie ein Wunder, Der andere spricht von ihm als einem Wunder, Der dritte hört von ihm als einem Wunder, Doch hört er's auch, Es kennet ihn doch keiner. Die Seele unverletzbar ist, Ewig, In eines jeden Leib. Darum die Wesen allesamt Darfst du betrauern nimmermehr. Auch wenn du deine Pflicht bedenkst, Geziemt sich's dir zu zittern nicht, Denn für den Krieger Gibt es ja nichts besseres Als gerechten Kampf. Als hätte sich von ungefähr Des Himmels Pforte aufgetan, So grüßen freudig, Britason, Die Krieger Einen solchen Kampf. Wenn diesen pflichtgemäßen Kampf Du aber nicht bestehen wirst, Im Stiche lassend Pflicht und Ruhm Wird übles nur Dein Anteil sein. Es werden deine Schande Dann die Wesen künden Immer fort. Dem aber, Der in Ehren steht, Ist Schande mehr Als selbst der Tod. Furcht vor dem Kampf Hielt dich zurück, So denken dann Die Helden all. Und wo du hoch geachtet warst, Da wirst du bald Verachtet sein. Und viele böse Reden Wird dann führen Deiner Feinde Schar, Beschimpfend deine Tüchtigkeit, Und was ist schmerzlicher Als dies? Im Tod Gehst du zum Himmel ein, Siegst du, Fällt dir die Erde zu. Darum erheb dich, Kunti-Sohn, Entschlossen wieder Zu dem Kampf. Gleichachtend Glück Und Ungemach, Gewinn, Verlust, Sieg oder Tod, Bereite nun zum Kampfe dich, So wird kein Übel Dir zuteil. Dies ist Weisheit Durch Reflexion, Nun höre die Der Andacht auch. Mit solcher Weisheit Wohl versehen Streifst du Der Taten Fesseln ab. Hier gibt es Für dein Streben Nie Vernichtung Oder Minderung. Ein wenig Dieses frommen Brauchs Bewahrt dich schon Vor großer Furcht. Entschlossenheit, O Koduspros, Birgt diese Weisheit Ganz allein. Der unentschlossenen Weisheit Ist gar weit verzweigt Und ohne End. Gar blumenreiche Rede Führt im Mund Der unverständ'gen Schar. Am Wedenwort Erfreun sie sich Und sprechen, Andres gibt es nicht. Ihr Höchstes Ist das Himmelsglück, Ihr Wort Verheißt Als Lohn der Tat Höhere Geburt. Für Opferwerk Sei Herrschaft Und Genuss Der Lohn. An Genuss Und Herrschaft Hängend, Durch solche Rede Sinn beraubt, Erlangen niemals Sie vertieft Die Weisheit Der Entschlossenheit. Der Qualitätenreich Gehört der Weder an, Davon sei frei, Frei von der Gegensätze band, Frei von Besitz, Herr deiner selbst. So viel ein Brunnen nützt, In den das Wasser strömt Von allerwärts, So groß ist für die Priesterschaft Der Nutzen, Den der Weder bringt. Bemühe nur dich Um die Tat, Doch niemals Um Erfolg der Tat. Nie sei Erfolg Dir Grund des Tuns, Doch meid auch Tatenlosigkeit. In Andacht fest Tu deine Tat, Doch häng an nichts, Du Siegreicher. Lass den Erfolg Ganz gleich dir sein, Der Gleichmut ist's, Der Andacht heißt. Die Tat Steht ja, Du Siegreicher, Unter des Geistes Andacht tief. Im Geiste Such die Zuflucht, Du, Kläglich, Wen Tatenfrucht Bewegt. Beides, Gut Tat und Übeltat, Gibt der Andächtge Völlig auf. Drum weihe ganz Der Andacht dich, Andacht bringt Heil Auch bei der Tat. Die Tatgeborene Frucht Gibt auf, Wer andächtig Und weise ist. Von der Geburten Fesselfrei Gelangt er An den Ort Des Heils. Wofern dein Geist Den dichten Wald Der Torheit Überwinden wird, Dann wird der Ekel Fassen dich, Ob allem, Was der Veda lehrt. Wenn abgewandt Dem Vedenwort Dein Geist Nur fest Und unverrückt In der Vertiefung Weilen wird, Dann wird die Andacht Dir zuteil. Arjuna sprach, Den weisen Und vertieften Mann, Was zeichnet ihn, O Krishna, aus? Was ist's, Dass der Andächtge Spricht? Wie ruhet er? Wie wandelt er? Der Erhabene sprach, Wenn des Herzens Begierden All Er gänzlich Aufgibt, Prithason, Am Selbst Und durch das Selbst Vergnügt, Dann heißet er In Weisheit Fest, In Leiden Unerschrockenen Sinns, In Freuden Des Verlangens Bar, Frei von Leidenschaft, Furcht und Zorn, Andächtig, Der ist ein Asket. Wer jeglichen Verlangens Bar, Ob's Schön ihm Oder unschön Geht, Nicht Freude Fühlet, Noch auch Hass, Bei solchem Steht die Weisheit Fest. Wenn von Sinnlichen Dingen Ab Erganzt die Sinne In sich zieht, Gleich wie die Schildkröt In sich kriecht, Dann steht bei ihm Die Weisheit Fest. Die Sinnendinge Weichen fort Von dem, Der streng Enthaltsam ist. Die Neigung Bleibt, Doch sie Auch weicht, Sobald er Auf das Höchste Schaut. Auch dem Vernünftgen Manne, Der sich redlich Müht, O Kunti Sohn, Rauben die Sinne Den Verstand, Ihn aufregend Mit Ungestüm. Sie alle Bändgend, Sitze er, In Andacht Ganz mir Zugewandt. Wer Herr Der eigenen Sinne ist, Bei dem Nur steht Die Weisheit Fest. Wer an Sinnliche Dinge Denkt, Wird bald Zu ihnen Neigen Sich. Aus solchem Hange Wird Begier Aus der Begier Entsteht Der Zorn Aus dem Zorn Die Betörung Kommt Dann Tritt Gedächtnisstörung Ein Dann geht Zu Grund Die Einsicht Ihm Und endlich Geht er Selbst Zu Grund Wer aber Lebt In dieser Welt Mit Sinnen Die ihm Untertan Die frei Von Hass Und Leidenschaft Der kommt Zu ruhiger Heiterkeit Und Solche Heiterkeit Lässt ihn Verlieren All Und Jeden Schmerz Bei Heitrem Geiste Wird sich Ihm Die Einsicht Ja Befestgen Bald Wer Nicht Andächtig Ist Dem Geht Erkenntnis Und Vertiefung Ab Es Fehlt Der Seelenfriede Ihm Wie Kann Ein Solcher Glücklich Sein Sobald Der Geist Sich Richtet Nach Der Losen Sinne Wanderschar Dann Reißt Ihm Das Die Einsicht Fort Gleich Wie der Wind Kommen Das sich Anfüllet Und Doch Ruhig Dasteht Wer So In Sich Die Wünsche Lässt Verschwinden Der Findet Ruhe Nicht Wer Ihnen Nach Gibt Der Mann Der Jeden Wunsch Aufgab Und Nichts Verlangend Lebt Dahin Von Eigennutz Und Selbstsucht Frei Der Geht Zum Seelenfrieden Ein Dies Ist Der Brahman Standpunkt Freund Wer Ihn Erreicht Wird Nicht Betört Wer Auch Im Tod Dabei Verharrt Der Wird In Brahman Ganz Verwehen Ende Des Zweiten Gesangs Dritter Gesang Von Bhagavad Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt Von Leopold Von Schröder Diese LibriVox Aufnahme Ist In Der Public Domain Dritter Gesang Arjuna Sprach Wenn Du Die Einsicht Höher Stellst Als Wie Die Tat Janardana Warum Zur Fürchterlichen Tat Treibst Du Mich An O Ketchava Mit Doppelsinnger Rede So Verwirrest Du Mir Nur Den Geist Dies Eine Sag Mir Ganz Bestimmt Wodurch Das Heil Ich Mag Empfarn Der Erhabene Sprach Ein Doppelstandpunkt Ist Von Mir Vorhin Verkündet Reiner Dir Die Erkenntnis Der Denkenden Und Der Andächtigen Frommes Tun Nicht Durch Vermeidung Jeder Tat Wird Wahrhaft Man Vom Tun Befreit Noch Durch Entsagung Von Der Welt Gelanget Zur Vollendung Man Nie Kann Man Frei Von Allem Tun Auch Einen Augenblick Nur Sein Die In Uns Wohnende Natur Zwingt Jeden Irgendwas Zu Tun Wer Seine Tat Organe Zwingt Und Dasitzt Doch Betörten Sinns Im Geist Der Sinnen Dinge Denkt Wird Ein Verkehrter Mensch Genannt Doch Wer Sinnen Sinnen Sein Geist Geist Bezwingend Sich Ans Handeln Macht Mit Seinen Tat Organen Doch Nicht Daran Hängt Der Steht Hoch Vollbringe Die Notwendge Tat Dies soll Die Wunsch Soll die Wunschkuh Sein Für Euch Opferresten Lebt Wer Für Sich Selber Kocht Ist Schlecht Und Sünde Ist's Was Er Genießt Durch Speise Lebt Der Wesen Schar Durch Regen Wächst Die Speise Auf Durchs Opfer Kommt Der Regenguß Das Opfer Ist Des Menschen Tat Dies Tun Stammt Von Der Gottheit Her Die Gottheit Aus Dem Ewgen Sein Drum Ist Die Gottheit Allerwärts Vorhanden In Dem Opfer Stets Wer Dies In Gang Gekommne Rat Nicht Immer Weiter Rollen Lässt Sündig Frönend Der Sinnen Lust Der Lebt Vergeblich Pritason Doch Wer Sich An Dem Selbst Erfreut Und Durch Das Selbst Gesättigt Ist Im Selbst Allein Vergnügt Der Mensch Der Ist Von Allem Tun Erlöst Er Hat Nicht Nötig Dass Etwas Geschehen Ist Oder Nicht Geschehen Noch Sucht Bei Allen Wesen Er Zuflucht Aus Irgendeinem Grund Drum Ohne Dran Zu Hängen Je Für Aus Die Tat Die Deine Pflicht Wer Handelt Ohne Hang Zur Welt Der Mensch Erreicht Das Höchste Ziel Durch Der 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 Weise Von 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 Tat In Wahrheit Kennt Der Hängt Nicht Fest Der Kennt Das Reich Da Kräft In Kräften Walten Fort Nach 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 Folgen Diesem Meinem Wort Die Gläubig Sind Und Murren Nicht Befreien Durch Ihre Taten Sich Die Aber Murrend Wieder Mich Nicht Folgen Diesem Meinem Wort In Aller Einsicht Ganz Verwirrt Die Toren Wisse Gehen Zugrund Der Weise Auch Tut Immer Das Was Der Natur In Ihm Entspricht Die Wesen Gehen Nach Der Natur Was Will Der Zwang Bewirken Da An Jedem Sinnes Gegenstand Hängt Neigung Und Abneigung Fest Nicht Fall In Deren Herrschaft Er Sie Sind Ja Seine Gegner Beid Die Eigne Pflicht Steht Oben An Und Brechte Sie Uns Auch Den Tod Tu Noch So Gut Die Fremde Pflicht Sie Bringt Dir Doch Nichts Als Gefahr Arjuna Sprach Allein Von Wem Denn Angespornt Begeht Der Mensch Die Sünd Getat Auch Wenn Er Selbst Es Gar Nicht Will Als Trieb Ihn Irgendeine Macht Der Erhabene Sprach Das Ist Die Gier Das Ist Der Zorn Der Aus Der Leidenschaft Entspringt Das Ist Der Böse Der Verschlingt Ja Wisse Dieser Ist Der Feind Wies Feuer Wird Von Rauch Verhüllt Und Wie Der Spiegel Durch Den Schmutz Wie Von Der Haut Der Embryo So Ist Von Dem Umhüllt Die Welt Die Einsicht Ist Von Ihm Umhüllt Der Stets Der Feind Des Weisen Ist Von Ihm Dem Proteus Artigen Dem Feuer Das Unersättlich Ist Die Sinne Innensinn Verstand Die Werden Sein Gebiet Genannt Durch Sie Verwirrt Den Menschen Er Indem Die Einsicht Er Umhüllt Drum Zügle Du Von Anfang An Die Sinne Edler Baratha Gib Auf Das Böse Es Zerstört Erkenntnis Und Erfahrung Dir Die Sinne Kennt Als Mächtig Mann Mächtger Noch Ist Der Innensinn Mächtger Als Dieser Der Verstand Weit Mächtger Noch Das Evge Selbst Wenn Seine Macht Du Hast Erkannt Dann Stärke Durch Das Selbst Dein Selbst Töte Den Feind Großarmiger Den Proteus Den Man Schwer Bezwingt Ende des dritten Gesangs Vierter Gesang von Bhagavad Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Vierter Gesang Der Erhabene sprach So Hab Die Andachtslehre Ich Verkündet Dem Vivas Wand Einst Vivas Wand Hat Dem Manu Sie Manu Ikshwaku Mitgeteilt So Ging Von Mund Zu Mund Sie Fort Die Königs Weisen Kannten Sie Doch Durch Die Lange Zeit Ging Dann Verloren Diese Lehre Hier Die Alte Andachts Lehre Ist's Die Hab Ich Jetzt Verkündet Dir Weil Mein Verehrer Du Und Freund Ein Heer Geheimnis Ist Sie Ja Arjuna Sprach Du Bist Von Späterer Geburt Wie Vivas Wand Lebte Früher Doch Wie Soll Ich Denn Verstehen Dass Du Verkündet Ihm Die Lehre Einst Der Erhabene Sprach Gar Viel Geboten Hab Ich Schon Durchlebt Du Auch O Arjuna Ich Weiß Von Ihnen Allen Noch Doch Du Weißt Nichts Davon O Held Zwar Ungeboren Ewig Auch Und Allerwesen Herr Bin Ich Und Doch Entstehe Ich Oftmals Neu Durch Meines Wesens Wunderkraft Denn Denn Immer Wenn Wenn Frömmigkeit Hinschwinden Will O Barata Ruchlosigkeit Ihr Haupt Erhebt Dann Schaffe Ich Mich Selber Neu Zum Schutz Der Guten Menschen Hier Und Zu Der Bösen Untergang Die Frömmigkeit Zu Mich Kann Die Tat Beflecken Von Sünden Lebt Im Opferfeuer Drum geht Zur Gottheit Ein Der Mensch Der An Solch Göttlich Tun Gedenkt Die Einen Führen Opfer Aus Die Dem Und Jenem Gott Geweiht Die Andern Bringen Opfer Dar Im Feuer Der Theologie Gehör Und Andere Sinne Bringt Der Eine Im Entsagungsfeuer Der Andere Bringt Die Sinnenwelt Im Feuer Seiner Sinne Dar Der Sinne Und Des Atemstun Bringt Manche Andere Ganz Und Gar Im Feuer Der Selbstbezähmung Dar Das Durch Erkenntnis Ist Entflammt Noch Andere Bringen Hab Und Gut Bringen Buße Und Andacht Dar Stilles Studium Und Erkenntnis Als Asketen Der Strengsten Art Im Aushauch Bringen Dar Den Hauch Im Hauch Den Aushauch Andere Hemmend Des Hauchs Und Aushauchs Weg Der Atmungshemmung Ganz Geweiht Andere Sich Der Speis Enthaltend Bringen Leben Im Leben Da Als Opfer Allen Guts Ist Der Erkenntnisopfer Held Denn Jede Tat Ganz Lückenlos In Der Erkenntnis Liegt Sie Drin Dies Wisse Wenn Du Fromm Dich Beugst Die Lehrer Fragst Und Sie Verehrst Erkenntnis Werden Lehren Dich Die Weisen Die Wahrheit Schauen Hast Du's Erkannt O Pandusohn Wirst Du Nicht Wiederum Betört Dadurch Wirst Alle Wesen Du In Dir Erschauen Und Dann In Mir Auch Wenn Ein Größerer Sünder Du Als Alle Andern Sünder Bist Doch Wirst Mit Erkenntnis Schiff Du Fahren Übers Meer Der Schuld Gleich Wie Das Feuer Wenn Es Flammt Zu Asche All Das Brennholz Macht So Brennt Auch Der Erkenntnis Feuer Zu Asche Alle Taten Dir Kein Läuterungsmittel Gibt's Ja Hier Dass Der Erkenntnis Sich Vergleich Das Findet Selber In Sich Selbst Wer Durch Andacht Vollendet Ist Dem Gläubgen Fällt Erkenntnis Zu Der Nach Ihr Sucht Die Sinne Zähmt Wer Die Erkenntnis Fand Gelangt Zum Höchsten Seelenfrieden Bald Wer Unwissend Und Glaubenslos Dem Zweifel Nachgibt Geht Zugrund Nicht Diese Noch Auch Jene Welt Noch Glück Ist Jedes Zweiflers Teil Doch Wer Der Andacht Weit Sein Tun Den Zweifel Durch Einsicht Zerstört Sein Selber Mächtig Ist Für Wahr Den Binden Auch Die Taten Nicht Zerschneide Mit Des Wissens Schwert Den Zweifel Der Aus Torheit Stammt Stammt Herzen Weide Andacht Dich Erhebe Dich O Bharata Ende 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 des vierten Gesangs Fünfter Gesang von Bhagavad Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Fünfter Gesang Arjuna Sprach Du Lobst Entsagen Jeder Tat Und Lobst Doch Ihre Übung Auch Was Ist Das Bessere Von Den Zwein Das Sage Klar Entschieden Mir Der Erhabene Sprach Entsagen Sowie Übung Auch Der Tat Sie Bringen Beide Heil Doch Höher Als Entsagung Noch Wird Die Übung Der Tat Geschätzt Das Ist Der Stets Entsagende Der Nichts Hasset Und Nichts Sich Wünscht Denn Von Den Gegensätzen Frei Kommt Leicht Er Von Der Fessel Los Denken Und Andacht Scheiden Nur Die Toren Doch Die Weisen Nicht Wer Ganz Sich Nur Dem Einen Weit Erlanget Aller Beider Frucht Durch Denken Und Durch Andacht Wird Derselbe Standpunkt Doch Erreicht Denken Und Andacht Sind Nur Eins Wer Das Erkennt Hat Recht Erkannt Doch Entsagung Großarmiger Wird Ohne Andacht Schwer Erreicht Der Weise Der In Andacht Lebt Erreichet Auch Die Gottheit Bald Der Andacht Lebend Reingesinnt Bezähmend Geist Und Sinne Ganz Mit Aller Wesen Seele Eins Wird Er Auch Handelnd Nicht Befleckt Ich Tu Doch Nichts So Denken Darf Der Fromme Wahrheits Kund Gemann Ob Er Auch Sieht Hört Fühlt Und Riecht Ob Er Auch Ist Geht Atmet Schläft Ob Er Auch Spricht Entleert Er Greift Die Augen Öffnet Oder Schließt Er Weiß Die Sinne Müssen Sich Bewegen In Der Sinnen Welt Wer Handelt Ohne Jeden Hang Und All Sein Tun Der Gottheit Weit Wird Durch Das Böse Nicht Befleckt Sein 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 Selber Herr Sitzt Glücklich Da In Der Neuntorgen Stadt Der Geist Nichtstuend Nichts Veranlassend Nicht Lässt Licht Erleuchtet 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 Der Fromme Wird Zum Brahman Selbst Und Wird Im Brahman Ganz Verwehen Im Brahman Ganz Verwehen Sie Die Weisen Die Von Sünden Rein Sich Zügelnd Frei Von Allem Streit An Aller Wesen Heil Sich Freuen Asketen Die Den Sinn Bezähmt Von Gier Und Zorn Sich Ganz Befreit Des Atman Wesen Kennen Die Sind Dem Verwehen In Brahman Nah Sich Lösend Von Der Außen Welt Starr Auf Die Nasen Wurzel Schauend Den Hauch Und Aushauch Regelnd Gleich Die Durch Der Nase Inneres Gehen Zügelnd Die Sinne Herz und Geist Ganz Der Erlösung Zugewand Befreit Von Wünschen Furcht Und Zorn So Ist Für Immer Er Erlöst Mich Kennend Als Den Herrn Der Welt Dem Opfer Und Askese gilt Der Aller Wesen Wahrer Freund Gelangt Zum Seelenfrieden Er Ende des Fünften Gesangs Sechster Gesang von Bhagavadgita Des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Sechster Gesang Der Erhabene sprach Wer nicht auf Tatenfrucht bedacht Die Pflichtgemäße Tat vollbringt Ist Entsagungs Und Andachts Reich Nicht Wer Feuer Und Taten Los Was Man Entsagung nennt Das Ist Andacht Wisse Opandus Sohn Denn Wer Den Wünschen Nicht Entsagt Der Kann Auch Nicht Andächtig Sein Der Weise Der Nach Andacht Strebt Dem Ist Die Tat Sein Element Doch Wer Die Andacht Hat Erreicht Des Element Ist Seelenruh Wer An Sinnlichen Dingen Nicht Noch An Taten Irgend Hängt Und Allen Wünschen Hat Entsagt Der Hat Die Andacht Heißt Erreicht Man Man Bring Sein Selbst Durchs Selbst Empor Nicht Bring Herunter Man Das Selbst Das Selbst Ist Ja Sein Eigner Freund Das Selbst Ist Auch Sein Eigner Feind Dem Ist Das Selbst Sein Eigner Freund Der Durch Das Selbst Das Selbst Besiegt Doch Kämpft Es Mit Der Außenwelt Dann Wird Das Selbst Sich Selbst Zum Feind Wer Sich Bezwang Und Ruhig Wart In Dem Wohnt Still Der Höchste Geist In Kält Und Hitze Lust Und Leid In Ehren Und In Schanden Auch In Der Erkenntnis Voll Beglückt Gipfel Hochstehend Sinn Bezähmt Andächtig Heißt Der Joggin Dann Wenn Erdkloß Stein Und Gold Ihm Gleich Wer Gegen Freund Und Widerpart Gleich Gültge Feind Und Sippen Auch Gegen Gute Wie Böse Auch Gleich Gesinnt Ist Der Ragt Empor Der Joggin Soll Beständig Sich Abmühen In Der Einsamkeit Allein Bezähmend Sinn Und Selbst Nichts Hoffend Des Besitzes Bar An Reinem Ort Sich Hinstellend Einen Sicherstehenden Sitz Nicht Allzu Hoch Zu Niedrig Nicht Darauf Ein Kleid Fell Kutschergras Den Geist Und Furcht Nicht Wer Zu Sehr Verschlafen Ist Noch Wer Stets Wacht O Arjuna Wer Mäßig Ist Und Sich Erholt Mäßig Wirket In Handlungen Mäßig Im Schlaf Und Wachen Ist Hat 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 Andacht Die Schmerz Zerstört Bei Wem Das Denken Ganz Bezähmt Stille Verharret In dem Selbst Wenn Von Begierden Er Ganz Frei Dann Wird Er Andächtig Genannt Wie Die Lampe Vom Wind Geschützt Nimmer Flackert Dies Gleichnis Gilt Vom Jogin Der Sein Denken Zähmt Und Andacht Übet An Dem Selbst Wo Das Denken Zur Ruhe Kommt Durch Andachts Übung Eingedämmt Und Wo Man Mit Dem Selbst Das Selbst Schauend Sich An Dem Selbst Erfreut Wo Man Das Grenzenlose Glück Dem Geist Fassbar Den Sinnen Nicht Kennend Und Fest Darin Stehend Sich Von Der Wahrheit Nicht Bewegt Und Hat Man Den Gewinn Erlangt Ihn Über Jeden Andern Schätzt In Dem Verharrend Man Vom Schmerz Auch Schwerem Nicht Mehr Wird Bewegt Solche Lösung Vom Schmerz Verein Wisse Die Wird Andacht Genannt Die Andacht Üb Entschlossen Mann Und Werde Ihrer Nimmer Satt Begierden Die Der Wunsch Erzeugt Aufgebend All Ohn Unterschied Die Schar Der Sinne Mit Vernunft Im Zaume Haltend Allerwärts Werd Langsam Langsam Ruhig Mann Und Mit Standhaft Geworden Geist Versenke Man Sich In Das Selbst Und Denke An Nichts Andres Mehr Wo Immer Nur Ausbrechen Will Der Schwankende Unstete Sinn Da Soll Man Bändgen Ihn In Sich Und Zum Gehorsam Bringen Ihn Denn Den Andächtgen Dessen Sinn Beruhigt Ist Wird Höchstes Glück Erfüllen Leidenschaft Gestillt Brahman Geworden Ist Er Rein Sein Selbst Beständig Übend So Wird Der Andächtige Sünden Frei Erlangen Unbegrenztes Glück Wo Er Mit Brahman Sich Berührt Sich Selbst In Allen Wesen Sieht Und Alle Wesen Auch In Sich Wer So Sein Selbst In Andacht Übt Und Alles Schaut Gleichmütig An Wer Mich Allüberall Erblickt Und Alles Auch In Mir Erblickt Dem Kann Niemals Entschwinden Ich Und Er Entschwindet Niemals Mir Wer Mich In Allen Wesen Ehrt Der Einheitslehre Huldigend Der Wie Er Immer Sich Bewegt Bewegt Sich Andachtsvoll In Mir Wer Wer Nach Analogie Des Selbst Allüberall Das Gleiche Sieht Ob Es Nun Lust Sei Oder Leid Steht In Der Andacht Oben An Arjuna Sprach Die Andacht Welche So Von Dir Samt Dem Gleichmut Verkündet Ist Sie Hat Ich Sehe Es Nicht Bestand Denn Schwankend Ist Einmal Der Mensch Es Schwankt Der Innere Sinn Krishna Ist Ungestüm Gewaltsam Hart Zu Zügeln Ihn Achte Ich So Schwer Als Wie Des Windes Zügelung Der Erhabene Sprach Gewiß Großarmiger Der Sinn Ist Schwer Zu Zügeln Schwankend Auch Doch Kunti Sohn Durch Anstrengung Und Entsagung Zwinget Man Ihn Wer Sich Nicht Zähmt Der Kann Nur Schwer Andacht Erreichen Denk Ich Mir Wer Sich Bezwang Und Wer Sich Müht Kann Solcher Art Erreichen Sie Arjuna Sprach Wer Sich Nicht Zähmt Doch Gläubig Ist Bei Der Andacht Schwankenden Sinns Andachts Sprach Wer zu Erlangen Wandelt Er Dann Die Höchste Bahn Höher Steht Der Andächtge Mann Als Die Büßer Und Weisen Gar Höher Auch Als Die Werk Frommen Drum Sei Andächtig Arjuna Und 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 Andächtgen All Wer Mich Verehret Glaubensvoll Sein Innres Ganz Mir Wendend Zu Gilt Mir Als Der Andächtigste Ende des Sechsten Gesangs Siebenter Gesang von Bhagavadgita Des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Siebenter Gesang Der Erhabene sprach An mir hängend mit Herz und Sinn Andacht Übend Auf Mich Gestützt Wie Du Mich Ganz Erkennen Wirst Von Zweifel Frei Das Höre Nun Dies Wissen Und Erkennen Dir Verkünden Will Ich Ohne Rest Wenn Du's Erkannt Hast Bleibt Dir Hier Nichts Zu Erkennen Übrig Mehr Unter Tausenden Von Menschen Strebt Nach Vollendung Einer Kaum Von Den Erfolgreich Strebenden Kennt Wahrhaft Mich Kaum Einer Noch Erde Wasser Feuer Äther Luft Sinn Geist Selbstbewusstsein Auch Dies Alles Ist Meine Natur Die Sich Achtfältig Hat Verteilt Die Niedre Ist Das Außer Ihr Hab Ich Noch Eine Höhere Natur Sie 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 Das Leben Selbst Und Sie Ist Die Welt Erhält Aus Ihrem Schoße Kommen All Die Wesen Her Dies Ton Die Die Liebe Liebe Die Liebe Erlaubt Und Recht In Allen Wesen Die Bin Ich Ja Alles Sein Der Güte Reich Der Leidenschaft Und Finsternis Es Stammt Aus Mir Es Ist In Mir Doch ich bin darum nicht in ihm. Verwirret durch all dieses Sein in der drei Qualitäten reich, Erkennt die Welt es nicht, dass ich höher und unvergänglich bin. Mein göttlich Scheinbild dieser Welt, darüber kommt man schwer hinweg. Doch wer mir selbst sich wendet zu, der zwinget dieses Zauberbild. Die Fräfler, die Gemeinen und die Toren kommen nicht zu mir, Beraubt des Wissens durch den Schein suchen sie bei Dämonen Halt. Vier Arten guter Menschen gibt's, die mich verehren, Arjuna. Wer Leid trägt, wer erkennen will, wer gut erwirbt, wer wissend ist. Der Beste ist der Wissende, der andächtig nur eins verehrt. Ich bin der Freund des Wissenden, vor allem, und er ist mein Freund. Vortrefflich sind sie alle, doch der Wissende, das ist mein Selbst. Denn mit andächtiger Seele kommt zu mir er als zum höchsten Heil. Wenn der Geburten reih zu end, gelangt zu mir der Wissende. Gott ist das All, schwer findet sich ein Edler, welcher das erkennt. Die, denen Gier das Wissen raubt, die gehen zu anderen Göttern hin, Halten an manche Regel sich, sie lenkt die eigene Natur. Und welche Gottheit einer auch im Glauben zu verehren strebt, Ich sehe seinen Glauben an und weise ihm zu den rechten Platz. Wenn er in festem Glauben strebt, nach seines Gottes Huld und Gnad, Dann wird zu Teil ihm, was er wünscht, denn gern wend ich ihm Gutes zu. Doch bleibt beschränkt nur der Erfolg, bei denen die beschränkten Sinns. Die Götter findet, wer sie ehrt, wer mich verehrt, gelangt zu mir. Unsichtbar bin ich, nur der Tor kann glauben, daß ich sichtbar ward. Mein höheres Sein, das Ewige, das Höchste, blieb ihm unbekannt. Nicht jedem bin ich offenbar, weil mich der Maya Schein verhüllt. Betört erkennt die Welt mich nicht, den Ungeborenen, Ewigen. Ich kenne die Vergangenen, die gegenwärtgen Wesen all, Und die noch ruhen im Zukunftsschoß. Doch niemand gibt es, der mich kennt. Der doppelten Verwirrung Raub, die aus Neigung und Hass entspringt, Werden die Wesen allesamt in dieser Schöpfung ganz verwirrt. Die frommen Menschen aber, die das Böse von sich abgetan, Vom Doppelirrwahn auch befreit, verehren sie mich, festen Sinns. Die zu mir flüchten, strebend nach Erlösung von Alter und Tod, Die kennen dieses Brahman ganz, das Höchste Selbst, das ganze Werk. Die mich kennen als Haupt und Herrn der Wesen, Götter, Opfer all, Auch sterbend daran halten fest, die frommen kennen wahrhaft mich. Ende des siebten Gesangs Achter Gesang von Bhagavad-Gita Des erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achter Gesang Arjuna sprach Was ist das Brahman und was ist das Höchste Selbst? Was ist das Werk? Was ist's, das ob den Wesen all und über allen Göttern steht? Wie und wer kann in diesem Leib schon über allen Opfern stehen? Und in der Todesstunde, wie erkennen die Bezähmten dich? Der Erhabene sprach Brahman ist ewiges, höchstes Sein, Sein Wesen ist das Höchste Selbst. Die Schöpfung, die den Ursprung all der Wesen wirkt, Ist Werk genannt. Werden über den Wesen steht, Über den Göttern der Urgeist, Über den Opfern, das bin ich, Schon hier im Leib, du bester Mensch. Wer in der Todesstunde mein Gedenkend scheidet aus dem Leib, Der geht in mein Wesen ein, Darüber kann kein Zweifel sein. An wessen Wesen immer er gedenkt, Wenn er den Leib verlässt, In dessen Wesen geht er ein Und passt sich dessen Wesen an. Zu allen Zeiten denke drum an mich allein Und kämpfe frisch. In mich versenk Sinn und Verstand, Dann gehst du sicher ein in mich. Wenn fleißig Andacht er geübt, Nichts anderes in Gedanken sucht, Dann geht zum höchsten Urgeist ein, Dem himmlischen, wer an ihn denkt. Wer an den alten Weisen, den Regierer, Der feiner ist als fein, Sich stets erinnert, Den Schöpfer dieses Alls, Der unausdenkbar, der sonnenfarbig, Jenseit alles Dunkels, Wer festen Sinns im Tode Sein gedenket, hingebungsvoll Und mit der Kraft der Andacht, Den Lebensgeist zwischen den Brauen sammelnd, Der geht zum höchsten Urgeist ein im Himmel. Was Wedenkenner unvergänglich nennen, Wohin die neigungsfreien Büßer kommen, Wonach begehrend man in Keuschheit lebet, Die Städte will ich dir in Kürze schildern. Den Lebensgeist im Kopf sammelnd, Der strengen Andacht zugewandt, Brahmans einsilbigen Namen, Om, aussprechend, Und gedenkend mein, Wer so den Leib verlassend stirbt, Der wandelt auf der höchsten Bahn. Wer an nichts anderes jemals denkt, Und immer da an mich gedenkt, Wer in beständ'ger Andacht lebt, Der ist es, Der mich leicht erlangt. Die Edlen, die zu mir gelangt Und die Vollendung so erreicht, Erleiden keine Neugeburt, Wo Schmerz wohnt und Vergänglichkeit. Die Welten, Bis zu Brahmans Welt, Bewahren nicht vor Neugeburt, Doch wer zu mir gekommen ist, Für den gibt's keine Neugeburt. Die, denen Brahmans Tag bekannt, Der tausend Weltenalter wert, Und Brahmans Nacht, Die grad so lang, Die kennen wahrhaft Tag und Nacht. Aus dem Unsichtbaren Entspringt das Sichtbare, Wann kommt der Tag? Wann kommt die Nacht? Dann löst sich's auf, Im Innern, das unsichtbar heißt. Der Wesen Schar, Die immer neu geworden ist, Sie löst sich auf, Wann kommt die Nacht? Doch unbedingt ersteht sie neu, Wann kommt der Tag? Doch jenseit dieses Lebens Gibt's ein anderes, Ewig, unsichtbar, Das, ob auch alle Wesen Hier vergehen, Selber nicht vergeht. Unsichtbar, Unvergänglich heißt's, Man nennt es auch Die höchste Bahn. Erreicht man's, Kehrt man nicht zurück, Sieh, Das ist meine höchste Stadt. Der höchste Urgeist Wird erlangt Durch Liebe, Die nichts anderes sucht, Er, In dem alle Wesen sind, Durch den die ganze Welt gemacht. Wann aber zur Nichtwiederkehr Der Fromme kommt, Sobald er stirbt, Wann Wiederkehr sein Schicksal bleibt, Das will ich nun verkünden dir. Feuer, Licht, Tag, Wachsender Mond, Das Halbjahr, Wo die Sonne hoch, Wenn dann ein Brahman-Kenner stirbt, Dann geht er auch zu Brahman ein. Rauch und Nacht Und schwindender Mond, Das Halbjahr, Wo die Sonne tief, Da geht der Fromme Zu dem Licht des Mondes Und kehrt einst zurück. Der helle Und der dunkle Pfad, Sie sind als ewige bekannt. Einer führt zur Nichtwiederkehr, Auf dem anderen Kehrt man zurück. Wer diese beiden Pfade kennt, Der Fromme wird niemals betört. Zu allen Zeiten Weihe dich der Andacht drum, O Arjuna. Was für das Wederlesen, Opfern, Büßen und Spenden auch Als Tugendlohn verheißen, Weit über das hinaus Gelangt der Fromme, Der dies erkennt. Er kommt zur höchsten Stätte. Ende des achten Gesangs Neunter Gesang Von Bhagavad Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Diese LibriVox-Aufnahme Ist in der Public Domain. Neunter Gesang Der Erhabene sprach Nun will ich Das Geheimste dir verkünden, Hör mich willig an. Wenn dieses Wissen Du erlangt, Dann wirst Vom Übel Du erlöst. Königswissen Und Geheimnis Das höchste Läuterungsmittel Ist's, Deutlich fassbar, Heilig, Ewig Und doch zu üben Kinderleicht. Die Menschen, Welche glaubenslos Sich dieser Lehre Nicht vertrauen, Verfehlen mich. Sie kehren um Auf des Todes Der Wanderung Bahn. Durch mich Ist ausgespannt Dies all, Die Welt. Unsichtbar Bin ich selbst. Die Wesen Alle sind in mir, Ich aber Bin in ihnen Nicht. Und wiederum Sind sie Nicht in mir. Sie meinen Des Herrschers Wundermacht. Mein Ich Weilt in den Wesen Nicht, Doch trägt es sie Und bildet sie. Wie der Wind In dem leeren Raum Allüberall Beständig geht, So auch die Wesen Allesamt Weilen in mir. Das fasse recht. Die Wesen All beim Weltenend Gehn ein In meine Urnatur. Bricht dann Ein Neu Weltalter an, Dann schaffe ich sie Wieder neu. Fußend Auf meiner Urnatur Schaffe ich sie Neu Und wieder Neu. Die ganze Schar der Wesen Hier, Streng nach dem Willen der Natur. Und all dies Tun und Wieder tun Legt mir doch Keine Fesseln An. Ganz gleichmütig Bin ich dabei Und häng An diesen Taten Nicht. Ich Wache Drüber, Die Natur Gebiert, Was steht Und was Sich regt. Aus diesem Grund, O Kunti-Sohn, Bewegt sich Weiter fort Die Welt. Die Toren Nur Missachten Mich In meiner Menschlichen Gestalt, Sie kennen Nicht Mein Höheres Sein, Den Großen Herrn Der Wesen All. Eitles Hoffend, Eitles Wirkend, Eitles Wissend, Verstand Beraubt, Halten sie An die Trügende Natur Böser Dämonen Die Edlen Aber Halten sich An meine Göttliche Natur Mich Ehren sie Und mich Allein Als Ewgen Urquell Alles Seins Sie Rühmen Mich Ohn Unterlass Streben Zu Mir Hin Fest Und Treu Sie Hultgen In Verehrung Mir Und Weihen Sich Der Andacht Ganz Der Erkenntnis Opfer Bringen Andre Da Und Verehren Mich Der Ich Alleins Bin Und Vielfach Doch Gesondert Überall Hins Schau Ich Bin Das Opfer Gottesdienst Der Mahnen Trank Das Heilge Kraut Das Opfer Lied Das Opfer Schmalz Das Feuer Und Die Spende Ich Ich Bin Der Vater Dieser Welt Bin Mutter Schöpfer Ahnher Auch Bin Lehre Läutrung Heilges Om Bin Rik Saman Und Yajus Auch Weg Erhalter Herrscher Zeuge Wohnort Zuflucht Und Guter Freund Ursprung Vergehen Fester Stand Der Schatz Der Ewge Same Auch Die Wärme Schaff Ich Regen Flut Halt Ich Zurück Lass Strömen Ich Ich Bin Unsterblichkeit Und Tod Bin Sein Und Nicht Sein Arjuna Die Vedenkundgen Frommen Somatrinker Sie streben Opfernd Nach der Bahn Himmel Wenn Wenn Sie erlangt Die reine Welt Des Indra Genießen Sie im Himmel Götterfreuden Wenn Dort Den Großen Himmel Sie Genossen Wenn Ihr Verdienst Erschöpft Gehen Sie Zur Erde So Die Sich Halten An Der Wedensatzung Erlangen Gehen Und Kommen Wunsch Besessen Doch Die Nur Mir Verehrung Weihen Und An Nichts Andres Denken Mehr Diesen Ganz Mir Hingegebenen Gewähr Die Volle Wohlfahrt Ich Auch Die Glaubensvoll Ergeben Andern Göttern Verehrung Weihen Selbst Diese Ehren Doch Nur Mich Wenn Auch Nicht Gerade Regelrecht Denn Der Genießer Und Der Herr Von Allen Opfern Bin Nur Ich In Wahrheit Kennen Sie Mich Nicht Drum Sinken Wieder Sie Hinab Die Sich Göttern Und Vätern Weihen Gehen Zu Göttern Und Vätern Hin Geister Diener Zu Den Geistern Wer Mich Verehrt Der Kommt Zu Mir Wer In Verehrung Blüht Und Blatt Frucht Und Wasser Mir Bietet Da Solch Hultgungsopfer Frohen Sinns Nehme Ich An Und Genieße Es Auch Was Du Tust Und Was Du Isst Was Du Opferst Und Was Du Gibst Wenn Du Büsst Sohn 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 So So Wirst Du Frei Von Den Fesseln Die Gut Und Böses Tun Dir Bringt Ob Arge Arge Hineingestellt Verehre Mich An Mich Denkend Mich Verehrend Mir Opfernd Hultge Mir Allein Gibst Du In Andacht Mir Dich Hin Dann Gehst Du Einstmals Ein Zu Mir Ende Des Neunten Gesangs Zehnter Gesang Von Bhagavad Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt Von Leopold Von Schröder Diese LibriVox Aufnahme Ist In Der Public Domain Zehnter Gesang Der Erhabene Sprach Nun Höre Noch Ein Wort Von Mir Ein Höchstes Du Großarmiger Ich Sag Es Dir Weil Du Mich Liebst Und Weil Ich Auf Dein Heil Bedacht Es Kennen Meinen Ursprung Nicht Die Götter Noch Die Weisen Auch Weil Ich Der Götter Urquell Bin Und Auch Der Weisen Allesamt Wer Mich Kennt Als Den Herrn Der Welt Der Ungeboren Anfangslos Ein solcher Mensch Ist Nicht Betört Der Wird Von Allen Sünden Frei Einsicht Wissen Nicht Betörung Geduld Wahrheit Und Zucht Und Ruh Glück Leid Entstehen Und Vergehen Gefahr Sowie 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 Sicherheit Nicht Verletzung Gleichmut Frieden Buße Spenden Ehre Und Schmach Die Mannigfachen Zustände Der Wesen Stammen All Von Mir Die Sieben Weisen Alter Zeit Und Die Vier Manus Ebenso Sie Sind Im Geist Von Mir Gezeugt Deren Kinder Die Menschen Sind Wer Diese Macht Und Wunderkraft An Mir In Voller Wahrheit Kennt Dem Wird Zuteil Nie Wankende Andacht Da Kann Kein Zweifel Sein Ich Bin Der Ursprung Dieses Alls Aus Mir Geht Dieses All Hervor In Solcher Ansicht Hultgen Mir Die Weisen Ganz Von Lieb Erfüllt Mein Denkend In Mir Lebend Ganz Und Sich Erweckend Wechsel Weiß Erzählend Immer Da Von Mir Sind Sie Zufrieden Und Sind Froh Diesen Immer Andächtigen Die Mich Verehren Liebevoll Verleih Des Geistes Andacht Ich Durch Welche Sie Zu Mir Eingehen Diesen Auch Aus Barmherzigkeit Vernichte Ich Die Finsternis Des Nicht Wissens Mit Hellem Licht Des Wissens Ruhend In In Mir Selbst Arjuna Sprach Höchstes Brahman Höchste Stätte Und Höchste Läuterung Bist Du Den Evgen Geist Den Himmlischen Den Urgott Mächtig Ungeboren So Nennen Dich Die Weisen All Auch Der Gott Weise Narada Asita Vyasa Devala Und Auch Du Selber Sagst Es Mir Dies Alles Halte Ich Für Wahr Was Du Mir Sagst O Ketschawa Denn Deine Offenbarung Ist Göttern Und Geistern Unbekannt Du Selber Aber Kennst Dich Wohl Durch Dich Selber O Höchster Geist Der Wesen Heiland Du Und Herr Gott Der Götter Und Herr Der Welt Du Kannst Es Künden Ohne Rest Denn Himmlisch Ist Ja Deine Macht Mit Welcher Macht Du Diese Welt Durchdrungen Hast Und Stehst So Da Wie Erkenn Ich Dich Heiliger Wenn Ich Auch Immer Denk An Dich In Welchem Zustand Deines Seins Soll Ich Dich Fassen Herrlicher Ausführlicher Erzähl Mir Noch Von Deiner Wunderkraft Und Macht Höre Ich Den Nektar Deines Worts Dann Höre Ich Mich Wohl Niemals Satt Der Erhabene Sprach Wohl an So will Ich's Künden Dir Denn Himmlisch Ist Ja Meine Macht Das Wichtigste Nur Nenn Ich Dir Denn End Und Grenzen Hab Ich Nicht Ich Bin Die Seele Dieser Welt In Aller Wesen Herz Bin Ich Ich Bin Der Anfang Mitte Ich Und Ende Auch Der Wesen All Vishnu unter Den Adityas Die Sonn In Der Gestirne Schar Marichi In Der Maruts Schar Der Mond Im Sternen Heer Bin Ich Bin Der Saman Von Den Vedas Bin Indra In Der Götter Heer Von Den Sinnen Der Innre Sinn Der Wesen Einsicht Das Bin Ich Bin Von Den Rudras Chankara Ku Vera In Der Yakshas Heer Bin Von Den Vasus All Das Feuer Von Den Bergen Der Meru Ich Wisse Dass Ich Der Erste Bin Von Den Priestern Prihas Patti Von Den Feldherrn Bin Ich Skanda Von Den Seen Bin Ich Das Meer Von Den Rishis Bin Ich Brigu Von Den Worten Bin Ich Das Om Im Gottesdienst Ein Leis Gebet Als Gebirg Der Himalaya Der Adjwadha Von Den Bäumen Von Den Gottweisen Narada Als Gandharve Citrarata Von Den Seligen Kapila Wisse Ich Bin Udshaychravas Unter Den Rossen Meer Entstammt Als Elefant Air Avata Unter Menschen Bin Ich Der Fürst Von Den Waffen Der Donner Keil Unter Den Kühen Kamaduch Als Erzeuger Der Liebes Gott Unter Den Schlangen Vasuki Bin Ananta Bei Den Nagas Bin Varuna Im Wasserreich Bin Von Den Vätern Arjaman Bin Yama In Der Zwing Herren Schar Bin Prahlada Bei Den Daityas Unter Den Zählenden Die Zeit Bin Der Löwe Unter Den Tieren Unter Den Vögeln Garuda Bin Von Den Reinigern Der Wind Bin Rama In Der Heldenschar Bin Von Den Fischen Der Delfin Von Den Flüssen Der Gang Strom Anfang Und End Und Schöpfungen Und Mitte Kunde Höchsten Geists Im Wissen Der Redner Rede Das Bin Ich Unter Den Lauten Bin Ich A Bin Dwandva Als Kompositum Ich Bin Die Zeit Die Nie Vergeht Bin Der Schöpfer Der All Hinschaut Ich Bin Der Tod Der Alles Raubt Der Ursprung Des Was Werden Soll Als Weib Die Ehre Anmut Red Erinnerung Einsicht Kraft Geduld Von Den Samans Bin Ich Brihat Von Den Metren Die Gayatri Bin Als Monat Margatschirscha Und Der Frühling Als Jahreszeit Der Würfel Unter Dem Was Trügt Der Glanz Der Glänzenden Bin Ich Der Sieg Bin Ich Entschluß Bin Ich Der Guten Güte Das Bin Ich Vasudeva Bei den Vrischnis Unter Den Pandus Arjuna Fyasa Unter Den Asketen Unter Den Dichtern Uchanas Der Stock Bin Ich Der Strafenden Die Politik Der Kämpfenden Als Geheimnis Bin Ich Schweigen Bin Das Wissen Der Wissenden Was Nur Von Allen Wesen Hier Der Same Ist Ja Das Bin Ich Es Gibt Kein Ding Das Ohne Mich Besteht Sei's Ruhend Sei's Bewegt Kein Ende Gibt's O Edler Held Meiner Himmlischen Wunderkraft Andeutungsweise Hab ich Nur Von Ihrem Umfang Dir Erzählt Was Es Herrliches Irgend Gibt Was Schön Ist Und Was Kraftvoll Ist Das Wisse Stammet Alles Her Aus Einem Teile Meiner Kraft Indes Was Soll Dir Arjuna Dies Mannigfalt Gewissen All Mit Einem Teile Meiner Selbst Hab Ich Dies Welt All Fest Gestellt Ende des Zehnten Gesangs Elfter Gesang von Bhagavad Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Elfter Gesang Arjuna Sprach Da mir Zuliebe Du Das Wort Das Höchst Geheimnisvolle Sprachst Das Höchsten Geistes Siegel Trägt Bin Ich Von Allem Irrtum Frei Der Wesen Werden Und Vergehen Hab Ich Ausführlich Nun Gehört Von Dir Du Lotus Höchster Aller Herrn So Möchte Ich Schauen Deine Gestalt Die Göttliche Du Höchster Geist Wenn Du's Für Möglich Hältst Dass Ich Dies Schauen Kann Du Mächtiger Dann Herr Der Andacht Zeige Mir Dich Selber Als Den Ewigen Der Erhabene Sprach So Schau Denn Die Gestalten Mein Hundert Und Tausend Fältig Hier Die Mannigfaltgen Himmlischen In Farb Und Form Verschieden Schau Die Adityas Die Vasus Die Rudras Ad Vien Marutas Viele Nie Zuvor Geschaute Wunder Schau Sie O Bharata In Einem Schau Die Ganze Welt Was Sich Bewegt Und Nicht Bewegt In Meinem Leibe Sieh Das Hier Und Was Du Sonst Noch Sehen Magst Doch Wirst Du Mich Nicht Können Sehen Mit Diesem Deinem Eignen Aug Ein Himmlisch Auge Geb Ich Dir Schau Mein Des Herren Wundermacht Sanjaya Sprach So sprach Er Und Sodann O Fürst Hari Der Große Wunderherr Offenbarte Dem Prithasohn Seine Gestalt Als Höchster Gott Mit Manchem Munde Manchem Aug Manch Wunderbarem Anges 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 Angesicht Versehen Mit Manchem Götterschmuck Lesen So seh' ich dich, ringsum schwer anzuschauen, Wie strahlend Feuer und Sonnenglanz, unmessbar. Das Unvergängliche, höchst Wissenswürd'ke, Der größte Schatz bist du des ganzen Weltalls. Du bist des ew'gen Rechtes, ew'ger Hüter, Als ew'gen Urgeist hab' ich dich begriffen. Ohn Anfang, Mitte, End, unendlich kraftvoll, Mit Armen, ohne End, Mond, sonnenäugig, Mit einem Mund wie strahlend Opferfeuer Seh' ich mit eigener Glut dies all dich wärmen. Was zwischen Erd und Himmel ist, Erfüllst du mit dir allein und jede Himmelsgegend. Die Dreiwelt bebt, wenn deine wundersame Schreckensgestalt Sich ihren Blicken zeiget, Sieh' dort, der Götter Scharen, zu dir treten, Furchtsam, die Hände faltend, sie dich preisen. Heil ruft die Schar der Seher und der Selgen, Sie preisen dich mit prächt'gen Lobgesängen. Die Rudras, Adityas, Vassus und Saddias, Allgötter, Adschvin, Marutas und Manen, Gandharven, Yakschas, Asuras und Selge, Sie alle schauen empor zu dir, voll Staunen. Dein Riesenleib mit vielen Mündern, Augen, mit vielen Armen, Vielen Schenkeln, Füßen, mit vielen Bäuchen, Rachen voller Zähnen. Es bebt die Welt, ihn schauend, ich auch bebe. Den Himmel rührend, strahlend, mannigfarbig, mit offenem Munde, Großen Flammenaugen. Schau' ich dich so, dann zittert meine Seele. Nicht find' ich Festigkeit und Ruh, o Vishnu. Schau' deine Rachen, ich mit dreunenden Zähnen, dem Feuer ähnlich bei der Zeiten Ende. Dann weiß ich nichts und finde nirgends Zuflucht. Sei gnädig, Götterherr, du Weltenwohnstatt. Und diese Söhne all des Dhritarashtra, Zusamt den Scharen königlicher Helden, Vishma und Drona, Samt des Lenkers Sohne, Zusamt den Unsrigen, Den besten Kämpfern, Sie nahen eilend sich Zu deinen Rachen, Den Schrecklichen, Klaffend mit dreunenden Zähnen. Es stecken manche schon zwischen den Zähnen. Man kann sie sehen mit zermalmten Köpfen. Gleich wie der Ströme mächtige Wasserwogen Zum Meere hin ihm zugewendet laufen, So diese Helden aus der Welt der Menschen Bewegen sich in deine Flammenrachen, Wie Schmetterlinge in ein flammend Feuer In voller Hast zum Untergange eilen. So eilen auch zum Untergang die Menschen In voller Hast hinein in deine Rachen. Du leckst und züngelst ringsumher, Verschlingend die Menschen alle Mit den Flammenrachen. Die ganze Welt mit ihrem Glanz erfüllend Glühen deine fürchterlichen Strahlen, Vishnu. Sag mir, wer bist du, Fürchterlich Gestaltger? Verehrung dir, du höchster Gott, Sei gnädig. Dich Uranfänglichen Möchte ich erkennen, Denn nicht begreifen kann ich die Erscheinung. Der Erhabene sprach, Ich bin die Zeit, Die alle Welt vernichtet, Erschienen, um die Menschen fortzuraffen. Auch ohne dich sind sie dem Tod verfallen, Die Kämpfer all, die dort in Reihen stehen. Darum erheb dich, Ruhm sollst du erwerben, Den Feind besiegend, Freudig, reicher Herrschaft. Durch mich sind diese früher schon getötet. Du sei nur Werkzeug, Kämpfer mit der Linken, Den Drona, den Yajadrata, Den Bhishma, Den Karna und die anderen Kämpferhelden, Die ich getötet. Töte du, Nicht zittre. Kämpfe, Du wirst im Streit die Gegner fällen. Sanjaya sprach, Als dieses Wort des Krishna er vernommen, Die Hände faltend, Zitternd, Ihn verehrend, Sprach wieder also Arjuna zu Krishna, Nur stammelnd, Ganz in Furcht vor ihm sich neigend, Arjuna sprach, Mit Recht erfreut sich an deinem Ruhme die Welt Und ist dir ehrfurchtsvoll ergeben. Die Rakshas fliehen entsetzt nach allen Seiten, Der selgen Scharen all vor dir sich neigen. Und warum sollten sie sich dir nicht beugen, Dem ersten Schöpfer, Würtger selbst als Brahman? Du Götter, Herr, Endloser, Weltenwohnstadt, Du bist der Ewge, Höchste, Sein und Nichtsein. Du bist der erste Gott, Der alte Urgeist. Du bist der höchste Schatz Des ganzen Weltalls, Wisser und Wissenswirtges, Höchste Städte. Du hast das All gespannt, Endlos gestaltger, Wind, Feuer, Yama, Varuna, Der Mond auch, Prajapati bist du Und erster Anherr. Verehrung dir, Verehrung tausend Male Und mehr noch, Mehr Verehrung dir, Verehrung, Verehrung dir im Angesicht, Im Rücken, Von allen Seiten, Ehre dir, Du alles. Unendlich mannhaft, Unermeßlich kraftvoll, Vollendest du das All Und bist selbst alles. Wenn ungestüm für meinen Freund Dich haltend ich Krishna, Yadava und Freund dich nannte, Unkundig deiner wunderbaren Größe, Zu unbedachtsam oder zu vertraulich, Und wenn im Scherz Ich dich nicht richtig ehrte, Im Wandeln, Ruhen, Sitzen oder Essen, Ob du allein warst, Ob vor allen diesen, Ich bitte dich um Vergebung, Unermessner. Vater der Welt, Die sich bewegt und fest ist, Verehrungswürdig, Mehr uns als ein Lehrer. Dir gleich ist niemand, Wer dir überlegen, In dieser Dreiwelt, Unvergleichlich mächtiger. Mich beugend drum, Den Körper niederwerfend, Such deine Gnade ich, Du Herr der Ehren. Wie seines Sohns ein Vater, Freund des Freundes, Geliebter der Geliebten, Musst du schonen, Noch nie geschautes, Freu ich mich zu schauen, Allein vor Furcht Bebt mir das Herz Und zittert. Zeig die Gestalt, O Gott, mir, Die ich kenne. Sei gnädig, Götter Herr, Wohnstadt der Welten, Mit Diadem und Keule, Mit dem Diskus in deiner Hand, So wünsch ich dich zu sehn, Nimm wieder an die Form Mit den vier Armen, Du Tausendarmiger, Du Allgestaltger. Der Erhabene sprach, Aus Gnaden habe ich dir nun offenbart, Mein höchstes Wesen hier, Kraft meiner Allmacht, Strahlend, Unendlich, Ganz und Ur-Anfänglich. Kein anderer hat vor dir sie je gesehen, Nicht durch den Weder, Opfer, Studium, Spenden, Zeremonien oder Grausgebüßung, Kann mich in solcher Form Ein anderer schauen, Im Menschenvolk, Du großer Held der Kodus. Nichts soll dich Angst befangen Und Verwirrung beim Anblick Meiner schrecklichen Gestaltung. Von Furcht befreit, Fröhlichen Sinnes wieder, Sollst du mich schauen, So wie ich dir bekannt bin. Sanjaya sprach, Als Krishna so zum Arjuna gesprochen, Da zeigt er sich in alter Art Ihm wieder, Und so beruhigte er den Erschreckten, In freundlicher Gestalt, Der Hochgesinnte. Arjuna sprach, Da wieder deine menschliche Gestalt Ich schau, Die freundliche, Kehrt die Besinnung mir zurück, Und wieder werd ich, Der ich war. Der Erhabene sprach, Die schwer zuschauende Gestalt, Die du von mir gesehen hast, Nach deren Anblick Sehnen sich sogar die Götter Immer fort. Durch Weden nicht, Durch Buße nicht, Durch Spenden und durch Opfer, Nicht bin ich in dieser Form Zu schauen, Wie du mich jetzt gesehen hast. Nur wer mich ganz allein verehrt, Der kann mich schauen, In solcher Form, Kann mich erkennen, Ganz und gar, Und endlich eingehen auch in mir. Wer handelt so, Wie's mir gefällt, Mich ehrt, Mich liebt, Die Welt verschmäht, Und allen Wesen freundlich ist, Der kommt zu mir, O Pandusohn. Ende des elften Gesangs Zwölfter Gesang von Bhagavad Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zwölfter Gesang Arjuna sprach, Die so beständig, Andachtsvoll dich verehren, Und die dem Kult des Unvergänglichen sich weihen, Wer ist der Andacht besser kund? Der Erhabene sprach, Die ganz in mich versenkt, Nur mir andächtig stets Verehrung weihen, Von höchstem Glauben ganz erfüllt, Denen gebührt der Andacht preis. Doch die dem Unvergänglichen, Unsichtbaren, Verehrung weihen, Das überall weilt, Unvorstellbar, Fest, Unbeweglich, Gipfel hoch, Die bändgend ihrer Sinne schar, Gleichgesinnt gegen jedermann, An aller Wesen heil sich freuen, Auch die erlangen mich gewiß. Mehr Mühsal aber haben sie, Die sich dem unsichtbaren weihen, Von Körperwesen wird nur schwer Das unsichtbare Ziel erreicht. Die aber all ihr Tun Auf mich hinwerfen, Mir ergeben ganz, In Andacht, Die nur mir geweiht, Mich verehren, In mich versenkt, Denen werd ich ein Retter sein Aus dem Meere der Todeswelt, In Kürze schon, O Plitasohn, Wenn all ihr Denken mir gehört. Drum richt auf mich nur deinen Sinn, Und senk in mich nur deinen Geist, So wirst du wohnen auch in mir Nach dieser Zeit unzweifelhaft. Doch kannst dein Denken du in mich Noch nicht versenken ganz und gar, Dann suche zu erreichen mich Durch Andacht, Die du eifrig übst. Bist du auch dazu noch zu schwach, Dann weihe dich dem Ton für mich, Wenn meinethalb du Werke tust, Wird auch Vollendung dir zuteil. Wenn du auch das nicht leisten kannst, Auf die Andacht zu mir gestützt, Verzicht auf aller Taten Frucht, Als einer, der sich selbst bezähmt. Mehr ist Erkenntnis als Bemühen, Versenkung noch viel höher steht, Noch höher Verzicht auf Taten Frucht, Dann ist der Seelenfrieden da. Wer keinem Wesen feindlich ist, Freundlich gesinnt und mitleidsvoll, Von Selbstsucht und von Dünkel frei, Geduldig, gleich in Leid und Lust, Zufrieden, immer andachtsvoll, Sich zügelnd, dem Entschlusse treu, Mit Sinn und Geist in mich versenkt, Wer so mich ehrt, der ist mir lieb. Vor dem die Welt nicht zittern muss, Der auch nicht zittert vor der Welt, Wer frei von Freude, Unmut, Furcht und Aufregung, der ist mir lieb. Unbekümmert, rein und tüchtig, Unparteiisch und unverzagt, Alle Pläne fahren lassend, Wer so mich ehrt, der ist mir lieb. Wer nicht frohlocket und nicht hasst, Um nichts trauert und nichts begehrt, Wer wohl und übel fahren lässt Und mich verehrt, der ist mir lieb. Gleichmütig gegen Feind und Freund, Gleichmütig gegen Ehr und Schmach, Kält und Hitze, Glück und Unglück, Befreit vom Hängen an der Welt, Lob und Tadel, gleich viel achtend, Schweigsam, zufrieden, immer da, Ohn Haus und Heim, von festem Sinn, Solch ein Verehrer ist mir lieb. Und die dem Nektar meines Wortes, Dem Heiligen, Verehrung, Wein, Glaubensvoll, mir ganz ergeben, Mich liebend, ja, die sind mir lieb. Ende des zwölften Gesangs Dreizehnter Gesang von Bhagavad Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dreizehnter Gesang Der Erhabene sprach Dieser Leib, o Sohn der Kunti, Er wird bezeichnet als das Feld. Wer diesen kennt, den nennet man den Feldkenner, Es ist der Geist. Wisse, dass ich Feldkenner bin auf allen Feldern, Baratha. Vom Feld und von dem Feldkenner Das Wissen ist des Namens wert. Doch was das Feld und wie es ist, Wie sich verändernd und woher, Auch des Feldkenners Art und Macht, Vernimm in Kürze nun von mir. In manchen Rhythmen sang es einst, Vielfältig manches Sängers Mund, In klaren, wohlbegründeten Brahman-Büchern Verkündet ist's. Die Elemente und das Ich, Der Verstand, das Unsichtbare, Zehn Sinne und der innere Sinn, Auch die fünf Sinnesreiche noch, Begehren, Hassen, Lust und Leid, Körper, Denken und Festigkeit, Zusammen wird's das Feld genannt, In dem ein ewiger Wechsel wohnt. Bescheidenheit und Redlichkeit, Das Nichtverletzen, die Geduld, Reinheit, Ehrfurcht vor dem Lehrer, Beständigkeit, Selbstzügelung, Entsagung von der Sinnenwelt, Vor allem auch Selbstlosigkeit, Ein Recht erwägen, wie Geburt, Tod, Alter, Krankheit, Schmerz bewirkt, Kein Hang zur Welt, Noch sich Klammern an Söhne, Gattin, Haus und Hof, Beständige Gleichmütigkeit, Bei jedem Schicksal, Gut und Bös, Verehrung, die sich nicht verirrt, Durch Andacht, die nur mir geweiht, Das Wohnen in der Einsamkeit, An Gesellschaft sich nicht erfreun, Stetes Erkennen höchsten Geists, Die Einsicht in des Wissens Zweck, Das ist es, was man Wissen nennt, Was anders ist, nicht Wissen heißt's. Ich sag dir an, was man wissen muss, Was die Unsterblichkeit verschafft, Das Anfangslose, höchste Bram, Nicht sein, noch nicht sein wird's genannt, Hände und Füße, Augen, Köpf und Münder Hat es überall, Auch Ohren hat's in aller Welt, Das All umfassend steht es da, Strahlend durch aller Sinne Kraft, Von allen Sinnen doch ganz frei, Alltragend, qualitätenlos Und doch der Qualitäten froh, In und außerhalb der Wesen, Sich bewegend und unbewegt, Unerfassbar, ob der Feinheit, Ganz fern und wiederum ganz nah, Nicht zerteilet in den Wesen, Und wie zerteilt doch steht es da, Als der Wesen Träger kenn' es, Der sie verschlingt und wieder zeugt, Das Licht der Lichter wird's genannt, Das über aller Finsternis, Wissen wissbar, wissenswürdig, Wissenswürdig, in jedes Herzen steckt es drin, So vom Feld und von dem Wissen und Wissenswürdigin sag' ich dir, Wer mich verehrt und dies erkennt, Wird teilhaft meines Wesens sein. Natur und Geist, das wisse du, Ohne Anfang sie beide sind, Doch Veränderung und Qualität Entspringen beid aus der Natur. Bei allem, was das Tun betrifft, Dafür ist die Natur Prinzip. Beim Genießen von Lust und Leid Wird der Geist das Prinzip genannt. Der Geist, in die Natur gebannt, Schmeckt, was sie schafft, Die Qualität. Sein Hängen an der Qualität Ist Ursach steter Neugeburt. Der Zeuge, der Gewährer auch, Träger, Genießer, Hoher, großer Herr Und Höchstes Selbst auch Wird genannt in diesem Leib Der Höchste Geist. Wer so den Geist und die Natur Zusamt den Qualitäten kennt, Wo und wie er sich auch bewegt, Erleidet keine Neugeburt. Durch Versenkung schauen manche In sich und durch sich selbst Das Selbst. Andere schauen's durch Kraft des Denkens, Durch Werkübung noch andere. Andere ehren es unwissend, Da sie von andern es gehört. Auch sie besiegen so den Tod, Der heilgen Schrift ergeben ganz. So oft ein Wesen auch entsteht, Sei es beweglich oder fest, Es wird durch die Vereinigung des Felds Und des Feldkundigen. Wer in den Lebewesen all Denselben höchsten Herrn erblickt, Der nicht vergeht, wenn sie vergehen, Wer das erkennt, hat Recht erkannt. Denn wer denselben Herrn erkennt, Als den, der allen inne wohnt, Verletzt das Selbst nicht durch das Selbst Und wandelt so die höchste Bahn. Und wer die Taten allerwärts Durch die Natur nur sieht geschehen, Das Selbst dabei als nicht handelnd erkennet, Der hat Recht erkannt. Wenn er die Sonderexistenz der Wesen all In einem schaut Und von diesem aus entwickelt, Dann wandelt er zum Brahman hin. Das ewige und höchste Selbst, Ohn Anfang, ohne Qualität, Wenn es auch in dem Körper wohnt, Doch handels nicht, Wird nicht befleckt. Der Äther ist allüberall, Wird nicht befleckt, Weil er zu fein. So wird das Selbst auch nicht befleckt, Und wenn's in allen Körpern weilt. Wie die Sonne die ganze Welt Allein mit ihrem Licht erhellt, So erleuchtet das ganze Feld Der Herr des Fels, Oh Baratha. Die zwischen Feld und Feldkenner Den Unterschied mit Wissensaug erkennen, Die Erlösung auch von der Natur, Die gehen zu Gott. Ende des dreizehnten Gesangs Vierzehnter Gesang Von Bhagavad-Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Diese LibriVox-Aufnahme Ist in der Public Domain Vierzehnter Gesang Der Erhabene sprach Weiter will ich dir verkünden Das höchste Wissen, Das es gibt, Welches kennend die Weisen Allhöchste Vollkommenheit erreicht. Auf dieses Wissen festgestützt Sind eins geworden sie mit mir. Auch Weltschöpfung, Weltvernichtung Bringt ihnen nicht Geburt und Schmerz. Das große Brahman Ist mein Schoß, In den ich leg den Lebenskeim. Das Werden aller Wesen Hat dort seinen Ursprung, Baratha. In allen Mutterschößen, Freund, Welche Gestalten auch entstehen, Brahman ist deren Mutterschoß, Den Samen Geb als Vater, Ich. Güte, Leidenschaft, Finsternis, Die Qualitäten der Natur, Sie fesseln in dem Leibe hier Den Geist, Den Unvergänglichen. Güte ist strahlend, Leidenlos, Weil sie von allen Flecken frei. Sie fesselt durch das Hängen An dem Glück Und an dem Wissen dich. Die Leidenschaft Ist voll Begehr, Erzeugt das Hängen An dem Durst, Sie fesselt deine Seele hier Durch Hängen An der Tatenlust. Finsternis aus Nichtwissen Stammt Und alle Sterblichen Betört, Sie fesselt durch Nachlässigkeit, Faulheit und Schlaf, O Baratha. Güte lässt hängen An dem Glück, Leidenschaft An der Tatenlust, Finsternis An Nachlässigkeit, Nachdem das Wissen Sie umhüllt. Zwingst Leidenschaft Und Dunkel Du, Dann tritt die Güte Siegreich vor, Wenn Leidenschaft Und Güte Dunkel, Wenn Güt Und Dunkel Leidenschaft. Wenn in des Leibes Pforten All des Wissens Helles Licht Erscheint, Dann wisse wohl, Dann wuchs in ihm Die Qualität Der Güte Groß. Habsucht, Streben, Unternehmen von Taten, Unruh und Begier, Diese entstehen, O Baratha, Wenn Leidenschaft Erwachsen ist. Ein finstres Wesen, Nichtstreben, Nachlässigkeit, Betörung auch, Diese entstehen, O Kuruzon, Wenn Finsternis Erwachsen ist. Wart Güte In dem Menschen Groß, Dann nach dem Tod Erreichet er Jene fleckenlosen Welten Der höchsten Wissenskundigen. Stirbt er in Leidenschaft, Dann kommt er unter Tätgen Neu zur Welt. Stirbt er im Dunkel, Wird er neu geboren Aus betörtem Schoß. Die Frucht Der rechtgetanen Tat Ist guten Wesens, Fleckenlos. Die Frucht Der Leidenschaft Ist Leid, Nichtwissen Ist des Dunkels Frucht. Aus der Güte Entsteht Wissen, Aus der Leidenschaft Die Begier, Nachlässigkeit, Betörter Sinn, Nichtwissen Aus dem Dunkel Stammt. Hinauf gehen, Die Angüte Reich, Leidenschaft In der Mitte Bleibt, Hinunter Geht der Finsterling Von der Niedersten Qualität. Wenn keinen Täter Du mehr kennst Als nur Der Qualitäten Schar, Auch weißt, Was über Diesen steht, Dann gehst Du In mein Wesen Ein. Wenn der Mensch Die Leibzeugenden Drei Qualitäten Hat besiegt, Frei von Geburt, Tod, Alter, Schmerz, Erlangt er Die Unsterblichkeit. Arjuna Sprach, An welchen Zeichen Wird, O Herr, Solch ein Siegreicher Mensch Erkannt? Wie ist Sein Wandel? Wie gelangt Er über Alle drei Hinaus? Der Erhabene Sprach, Wenn er Das Licht, Das Streben Auch Und Die Betörung Panduson Nicht Hast, Wenn sie Geworden Sind, Nicht Wünscht, Wenn sie Geschwunden Sind, Wenn Von Den Qualitäten Er Gleichmütig Ganz, Nicht Wird Bewegt, Die Qualitäten Wirken, Denkt, Und Stille Steht, Sich Gar Nicht Rührt, Gleich Achtend Glück Und Ungemach, Gleich Achtend Erdkloß Stein Und Gold Was Lieb Und Unlieb Festen Sins Gleich Achtend Tadel Wie Auch Lob In Ehren Wie In Schanden Gleich Zu Freunden Und Zu Feinden Gleich Aufgebend All Und Jeden Plan Der Wart Der Qualitäten Herr Und Wer Mich Fest Und Unverrückt In Liebevoller Andacht Ehrt Besiegt Der Qualitäten Reich Und Wirt Für Brahmans Wesen Reif Ich Bin Des Brahmans Fundament Des Unsterblichen Ewigen Des Ewigen Gesetzes Auch Des Glückes Das All Einzig Ist Ende Ende Des Vierzehnten Gesangs Fünfzehnter Gesang von Bhagavad Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Fünfzehnter Gesang Der Erhabene Sprach Wurzel Aufwärts Zweige Abwärts So steht Der Ewge Feigenbaum Dessen Blätter Weder Lieder Den Weder Kennt Wer Diesen Kennt Abwärts Abwärts Aufwärts Gehen Dessen Zweige Qualität Erwachsen Sinnendinge Sprossend Nach Unten Auch Die Wurzeln Sich Verbreiten Die Durch Der Taten Band Die Menschen Fesseln Seine Gestalt Erfasst Man Nicht Auf Erden Nicht End Noch Anfang Noch Des Baumes Dauer Wenn Dieser Baum Mit Seinen Mächtigen Wurzeln Durch Der Entsagung Hartes Schwert Gefällt Ist Dann Muss Man Suchen Jene Höchste Stätte Von Der Die Wanderer Nimmer Wieder Kehren Denkend Ich Geh Zu Jenem Ersten Urgeist Von Dem Seit Alters Alles Werden Ausgeht Von Stolz Und Torheit Frei Welthang Besieger Im Höchsten Selbst Nur Lebend Ohn Begehren Befreit Von Lust Und Leid Der Gegensätze Geht Unbeirrt Man So Zur Ewgen Stätte Den Ort Erhält Die Sonne Nicht Der Mond Nicht Und Das Feuer Nicht Von Wo Man Nimmer Wieder Kehrt Ja Meine Höchste Wohnstadt Ist's Ein Teil Von Mir In Dieser Welt Als Einzelseele Lang Schon Lebt Die Sinne Samt Dem Innern Sinn Zieht Er An Sich Aus Der Natur Wenn Er Als Herr Den Leib Erlangt Und Wenn Er Wiedert Tritt Hinaus Die Sinne Fassend Geht Geht Hin Gleich Wie Der Wind Die Düfte Fasst Gehör Gesicht Gefühl Geschmack Geruch Sowie Den Innern Sinn Als Herr Bemeisternd Steht Er Da Und Genießet Die Sinnen Welt Ob Er Hinaus Geht Oder Bleibt Und Genießt Qualität Begabt Törichte Menschen Sehn Ihn Nicht Des Wissens Aug Nur Lässt Ihn Schauen Andächtge Die Sich Drum Bemühen Die Schauen Ihn In Dem Eignen Selbst Doch Toren Unbereitete Ob Sie Sich Mühen Auch Sehn Ihn Nicht Der Glanz Der In Der Sonne Ist Und Diese Ganze Welt Erhält Der In Dem Mond Im Feuer Ist Das Wisse Ist Mein Eigner Glanz Eindringend In Die Erde Trag Die Wesen Ich Mit meiner Kraft Die Pflanzen All Lass Ich Gedeihen Als Sommer Der Im Saft Besteht Zum Feuer Werdend Dring Ich Ein In Der Belebten Wesen Leib Mit Hauch Und Aushauch Fest Vereint Koch Ich Vierfache Speise Dort In Eines Jeden Herz Bin Ich Gedrungen Erinnerung Wissen Und Bestreiten Wirk Ich Durch Alle Weden Bin Ich Zu Erkennen Bin Wedenkenner Schaffe Den Vedanta Zwei Arten Geist Gibt's in der Welt Einer vergeht Der andere nicht Der erste Sind die Wesen Ein Ein Und Trägt Sie Als Der Ewge Herr Weit Mehr Als Der Vergängliche Mehr Als Der Unvergängliche Bin Ich Drum Heiß Ich In der Welt Und In der Schrift Der höchste Geist Wer Von Betörung Frei Mich So Erkennet Als Den Höchsten Geist Der Weiß Alles Und Ehret Mich Von Ganzem Herzen Bharata Geheimnisvollste Wissenschaft Ist so von mir Verkündet dir Wer sie erfasst Ist weisheitsvoll Und hat Fürwahr Das Ziel Erreicht Ende des Fünfzehnten Gesangs Sechzehnter Gesang Von Bhagavad Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt Von Leopold Von Schröder Diese LibriVox Aufnahme Ist in Der Public Domain Sechzehnter Gesang Der Erhabene Sprach Furchtlosigkeit Wesens Reinheit In Wissensandacht Festigkeit Spenden Selbstbezähmung Opfer Studium Buße Und Redlichkeit Nicht Nicht Schädigen Wahrheit Nicht Zürnen Nicht Verleumden Friede Verzicht Milde Mitleid Mit den Wesen Scham Scham Götter Götterlos Götterlos Führt Zur Erlösung Dämonenlos Zur Fesselung Nicht Traure Denn zum Götterlos Bist du Geboren Pandusohn Zwiefach Erfolgerecht Meint Getötet Die Anderlösung Töten 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 Ich Bin Herr Ich Bin Genießer Bin Erfolgreich Glücklich Stark Ich Bin Reich Ich Bin Von Adel Welcher Andre Ist Mir Wohl Gleich Opfern Schenken Frohsein Willig So Denken Sie Verblendet Ganz Wirre Durch Allerhand Gedanken Gefangen In Des Irrtums Netz Ergeben Völlig Dem Genuß In Schmutzige Hölle Stürzen Sie Selbst Sich Ehrend Aufgeblasen Voll Stolz Voll Hochmut Auf Ihr Geld Bringen Sie Heuchelnd Opfer Dar Die Dieses Namens Gar Nicht Wert Ich Sucht Gewalt Begierde Stolz Und Zorn Dem Sind Ergeben Sie Mich Hassen Sie Im Eignen Leib Wie Auch In Andern Grimm Erfüllt Diese Hasser Die Gräulichen Die Schlechtsten Menschen In Der Welt Die Argen Schleudrig Fort Und Fort In Dämonischen Mutterschoß Durch Dämonischen Mutterschoß Betört In Jeglicher Geburt Erreichen Sie Mich Nimmermehr Und Wandeln So Die Tiefste Bahn Dreifältig Ist Das Höllen Tor Wodurch Die Seele Geht Zugrund Begierde Zorn Und Habsucht Sind's Drum Lass Fahren Diese Drei Befreit Von Diesen Kunti Sohn Den Drei Pforten Der Finsternis Wirket Der Mensch Sein Seelen Heil Und Wandelt So Die Höchste Bahn Doch Wer Nach Seiner Willkür Lebt Nicht Achtend Heiliges Gesetz Nicht Erreicht Die Vollendung Der Nicht Glück Und Nicht Die Höchste Bahn Drum Sei Dir Richtschnur Das Gesetz Bei Der Feststellung Deines Tons Weißt Du Was Das Gesetz Bestimmt Dann Kannst Du Deine Taten Tun Ende Des Sechzehnten Gesangs Siebzehnter Gesang von Bhagavad Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Siebzehnter Gesang Arjuna Sprach Doch Die Nicht Achten Das Gesetz Doch Gläubig Opfer Bringen Da Auf Welchem Boden Stehen Die Güte Leidenschaft Finsternis Der Erhabene Sprach Dreifach Der Menschen Glaube Ist Aus ihrem Wesen Wächst Er Auf Drum Kann Er Gut Voll Leidenschaft Oder Auch Ganz Verfinstert Sein Wie Eines Jeden Wesen Ist So Ist Sein Glaube Barata Aus Glauben Ist Der Mensch Gemacht Wie Er Glaubet So Ist Er Selbst Die Götter Ehrt Der Guten Schar Die Elben Leidenschaftliche Gespenster Und Der Geister Heer Ehret Das Volk Der Finsternis Die Graus Gebüßung Üben Aus Wie Das Gesetz Sie Nicht Befiehlt Voll Trug Und Ichsucht Voll Begier Voll Leidenschaft Und Voller Trotz Ganz Sinnlos Peinigend Die Schar Der Elemente In Dem Leib Und Mich Auch Der Im Leibe Weilt Die Sind Dämonengleich Gesinnt Dreifach Ist Auch Der Speise Art Wie Einem Jeden Sie Gefällt Dreifach Opfer Buße Spenden Vernimm Nun Deren Unterschied Was Leben Sein Gesundheit Kraft Glück Und Freude Vermehren Kann Schmackhafte Milde Feste Speise Liebliche Ist Den Guten Lieb Scharf Sauer Salzig Allzu Heiß Streng Unmilde Brennender Art Das Liebt Der Leidenschaftliche Das Schafft Ihm Krankheit Weh Und Schmerz Was Abgestanden Unschmackhaft Stinkend Und Schon Verdorben Ist Überbleibsel Und Unreines Das Liebt Das Volk Der Finsternis Wo Man Nach Vorschrift Opfer Bringt Nach Dem Erfolge Nicht Begehrt Nur Denkend Also Ist Es Pflicht Solch Opfer Ist Der Guten Art Er Doch Doch wo Man Nach Erfolg Begehrt Und Heuchelei Beim Opfer Übt Ein solches Opfer Ist die Art Der Leidenschaft Befangenen Ohne Regel Ohne Speisung Ohne Lieder Und Opferlohn Ohne Glauben Solch ein Opfer Nennt Man Die Art Der Finsternis Götter Priester Lehrer Weise Ehren Reinheit Und Redlichkeit Keusches Wesen Nicht Verletzen Dies Die Buße Des Körpers Ist Rede Welche Nicht Erreget Die Wahr Ist Und Voll Freundlichkeit Übung In Dem Veda Studium Das Heißt Die Buße Mit Dem Wort Herzens Heiterkeit Und Milde Schweigen Bezähmung Seiner Selbst Reinheit Des Wesens Dieses Ist Des Herzens Buße Wie Man Sagt Solche Buße Dreifacher Art Wenn Sie Im Glauben Wird Geübt Andächtig Ohne Frucht Begier Die Ist Der Guten Menschen Art Doch Wenn Es Geschieht Um Ehr Und Ruhm Oder Sogar Aus Heuchelei Das Ist Schwankend Und Ohne Halt Das Ist Die Art Der Leidenschaft Doch Wird Mit Peingung Seiner Selbst Die Buße Töricht Ausgeübt Oder Andern Zum Verderben Das Ist Die Art Der Finsternis Wenn Man Spendet Nur Weil Es Pflicht Und An Vergeltung Gar Nicht Denkt Am Rechten Ort Zur Rechten Zeit Die Spende Ist Der Guten Art Schenk Schenkungen Von Schenkungen Von dem Sein Und Von der Güte Braucht Man Das Wort Das Seiende Auch bei Rühmenswerten Taten Wird Dieser Ausdruck Angewandt In Opfer Buß Und Spenden Auch Beständigkeit Heißt Seiendes Und Was Man Tut Zu Solchem Zweck Erhält Denselben Namen Auch Was Ohne Glauben Ausgeführt Seis Opfer Spende Buße Tat Das Wird Nicht Seiendes Genannt Ist Nach Dem Tode Nichts Noch Hier Ende Des Siebzehnten Gesangs Achtzehnter Gesang Von Bhagavad Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt Von Leopold Von Schröder Diese LibriVox Aufnahme Ist In Der Public Domain Achtzehnter Gesang Arjuna Sprach Der Entsagung Wesen Wünsche Ich Zu Kennen O Großarmiger Und Des Verzichtes Wesen Auch Erkläre Sie Gesondert Mir Der Erhabene Sprach Entsagt Man Wunsch Erzeugter Tat So Wird Entsagung Das Genannt Verzicht Auf Aller Taten Frucht Das nennt Verzicht Der Weisen Schar Gib Auf Das Tun Als Eine Schuld So Sagen Eingedenker Uns Das Opfern Spenden Buße Tun Gib Nicht Auf Sagen Andere Höre Meine Entscheidung Hier Von Dem Verzicht Du Trefflichster Der Verzicht Der Verzicht O du Manntiger Wird Als Dreifältiger Gerühmt Das Opfern Spenden Buße Tun Gib Nimmer Auf Nein Führ Es Aus Denn Das Opfer Spend Und Buße Sie Läutern Den Verständigen Doch Muss Man Diese Taten Tun Nachdem Man Auf Das Hängen Dran Und Auf Erfolg Verzichtet Hat Den Höchsten Standpunkt Nenne Ich Das Entsagung Der Notwendgen Tat Die Wäre Übel Angebracht Unterlassung Bloß Aus Torheit Zählt Man Zur Art Der Finsternis Wenn Man Aus Furcht Vor Leibes Müh Die Tat Aufgibt Weil Sie Beschwert Das Ist Die Art Der Leidenschaft Solch Ein Verzicht Bringt Keine Frucht Doch Tut Man Die Notwend Get Tat Nur Denkend So Ist's Meine Pflicht Aufgebend Neigung Und Erfolg Solch Ein Verzicht Ist Guter Art Nicht Hast Ein Unerfreulich Werk Noch Hängt An 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 Erfreulichen Der Verständ Ge Der Verzichtet Erfüllt Von Güte Zweifel Frei Nicht Möglich Ist's Im Irrschen Leib Aufzugeben Jedwede Tat Doch Wer Die Frucht Der Tat Aufgibt Der Heißet Ein Verzichtender Erwünscht Gemischt Und Unerwünscht Dreifelt Gefrucht Der Tat Erlangt Der Nicht Entsagende Im Tod Doch Niemals Der Entsagende Vernimm Nun Du Großarmiger Die Fünf Prinzipien Noch Von Mir Die Die Sankhya Lehre Kündet Zur Vollendung Jedweden Tons Ein Standort Und Ein Handelnder Und Organe Verschiedener Art Mancherlei Besonderes Streben Das Schicksal Als Das Fünfte Noch Welches Werk Mit Körper Rede Und Gedanken Der Mensch Beginnt Sei es Nun Richtig Sei es Verkehrt Die Fünf Prinzipien Sind Dabei Wer Darum Also Sich Allein Für Den Täter Taten Taten Hält Dreifach Dreifach Der Inbegriff Der Tat Wissen Tat Sowie Auch Täter Sind Dreifach Nach Der Qualität Die Qualitäten Lehre Zeigt's Nun Höre Wie Sich Das Verhält Traurig Solcher Verstand Gehört Zum Reich Der Finsternis Die Festigkeit Mit Der Man Herz Und Sinne Und Lebenskraft In Andacht Unverrückt Festhält Das Nenn Ich Gute Festigkeit Die Festigkeit Mit Welcher Man Was Recht Nützlich Und Angenehm Liebend Fruchtbegehrend Festhält Gehört Zum Reich Der Leidenschaft Die Festigkeit Mit Der Ein Tor Schlaf Furcht Trauer Kleinmütigkeit Und Übermut Nicht Fahren Lässt Gehört Zum Reich Der Finsternis Nun Höre Vom Dreifachen Glück Durch Mich Du Bester Barater Wo Man Ruht Nach Ernster Arbeit Und An Der Mühsal Ent Gelangt Glück Das Am Anfang Gift Erscheint Am End Dem Nektar Ähnlich Ist Ein Solches Glück Ist Wahrhaft Gut Durch Geistes Heiterkeit Erzeugt Ein Glück Das Anfangs Nektar Gleich Am Ende Doch Als Gift Sich Zeigt Die Sinne Fesselnd An Die Welt Gehört Zum Reich Der Leidenschaft Glück Das Gleich Und In Der Folge Die Seele Mit Verblendung Schlägt In Schlaf Faulheit Nachlässigkeit Solch Glück Gehört Zur Finsternis Nicht Auf Erden Noch Im Himmel Unter Den Göttern Etwa Gibt's Ein Sein Das Von Der Qualität Der Natürlichen Völlig Frei Was Priester Adlige Und Volk Auch Was Die Chudras Tun Mein Freund Die Taten Alle Sind Verteilt Nach Qualitäten Ihrer Art Ruhe Selbstbeherrschung Buße Reinheit Geduld Und Redlichkeit Rechtes Wissen Und Gläubigkeit Ist Priesters Pflicht Nach Seiner Art Heldenmut Kraft Und Festigkeit Geschick Im Kampf Furchtlosigkeit Spenden Und Rechtes Herrentum Ist Adels Pflicht Nach Seiner Art Viehzucht Ackerbau Und Handel Ist Volkes Pflicht Nach Seiner Art Im Dienen Bloß Besteht Die Pflicht Für Den Chudra Nach Seiner Art Wer Freude Hat An Seiner Pflicht Der Mann Erlangt Vollkommenheit Wie Man Seines Tuns Sich Freuend Vollendung Findet Höre Das Den Von Dem Die Wesen Stammen Von Dem Das All Geschaffen Ist Den Durch Seine Taten Ehrend Erlangt Vollendung Hier Der Mensch Wie Sie Auch Sei Die Eigene Pflicht Ist Besser Stets Als Fremde Pflicht Bleibt Man Treu Dem Eignen Wesen Dann Bleibt Man Frei Von Aller Schuld Tat Die Mit Dir Geboren Ist Wenn Sie Auch Sündig Gib Nicht Auf Von Sünde Ist Doch Alles Tun Wie Das Feuer Vom Rauch Umhüllt Wer 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 Geist An Nichts Mehr Hängt Sich Selbst Besiegt Und Nichts Begehrt Zur Vollendung Der Tat Freiheit Kommt Er Durch Der Entsagung Kraft Wie Er Nach Der Vollendung Auch Das Brahman Noch Erreicht Hör An In Kürze Will Ich's Künden Dir Es Ist Des Wissens Höchster Stand Mit Gereinigtem Geist Versehen Sich Bezähmend Mit Festigkeit Verzichtend Auf Die Sinnenwelt Neigung Und Hass Abwerfend Ganz Einsam Lebend Wenig Essend Bezähmend Worte Leib Und Geist Ganz Andacht Und Kontemplation Der Entsagung Ergeben Ganz Selbstbewusstsein Gewaltsamkeit Stolz Zorn Begierde Und Besitz Aufgebend Selbstlos Friedevoll So Wird Er Reif Zum Brahman Sein Brahman Geworden Heitern Geists Trauert Er Nicht Und Wünschet Nicht Gegen Alle Geschöpfe Gleich Fast Höchste Liebe Er Zu Mir Durch Die Liebe Erkennt Er Mich In Wahrheit Wer Und Wie Ich Bin Hat Er In Wahrheit Mich Erkannt Kommt Er Zu Mir Ohn Aufenthalt Auch Wenn Er Alle Taten Stets Ausführt Auf Mich Vertrauend Ganz Erlangt Durch Meine Gnade Er Eine Ewige Feste Statt Im Geiste Alles Tun Auf Mich Hin Werfend Mir Ergeben Ganz Auf Des Geistes Andacht Bauend Denke Beständig Nur An Mich Mein Denkend Die Gefahren All Durch Meine Gnade Du Besiegst Doch Wenn Du Allzu Selbstbewusst Mein Wort Nicht Hörst Gehst Du Zugrund Wenn Du In Deinem Eigensinn Etwa Ich Will Nicht Kämpfen Denkst Vergeblich Ist Dann Dein Entschluss Es Wird Dich Treiben Die Natur Gefesselt Durch Die Eigene Pflicht Wie Sie Aus Deiner Art Entspringt Wirst Was Du Töricht Nicht Gewollt Du Wider Willen Dennoch Tun Im Herzen Aller Wesen Drin Wohnet Der Herr O Arjuna Er Bewegt Wie Im Puppenspiel Die Wesen Alle Wunderbar Bei Ihm Such Deine Zuflucht Du Mit Ganzer Seele Baratha Durch Seine Gnad Erlangst Du Dann Höchsten Frieden Und Ewgen Stand Ein Wissen Hab Ich Dir Vertraut Das Noch Geheimer Als Geheim Nachdem Du Es Ganz Erwogen Hast Verfahre Weiter Wie Du Willst Doch Das Aller Geheimste Noch Vernimm Von Mir Das Höchste Wort Du Bist Mir Teuer Überaus Darum Verkünd Ich Dir Das Heil Mein Gedenkend Mich Verehrend Mir Mir Opfernd Beuge Dich Vor Mir Zu Mir Dann Kommst Du Wahrheit Ist's Was Ich Versprech Du Bist Mir Lieb Alle Satzungen Aufgebend Such Mich Allein Als Zufluchtsort Von Allen Sünden Werde Ich Dann Dich Erlösen Sei Unbesorgt Doch Kein Anderer Wird Auf Erden Mir Drum Lieber Sein Als Eben Der Und Wer Dies Heilige Gespräch Zwischen Uns Beiden Sich Einprägt Mit Des Wissens Opfer Ehret Mich Ein Solcher So Denke Ich Der Mann Auch Welcher Glaubensvoll Dies Hört Und Nicht Da Wieder Mord Auch Der Wird Als Erlöster Wohl Die Reine Welt Der Frommen Schauen Hast Du's Gehört O Prithason Mit Ganz Davon Ergriffenem Sinn Und Ist Dir Der Unwissenheit Betörung Nun Dadurch Zerstört Arjuna Sprach Die Torheit Ist Durch Dich Zerstört Erinnerung Ist Mir Aufgewacht Ich Stehe Fest Der Zweifel Schwand Ich Werde Tun Nach Deinem Wort Sanjaya Sprach So Hab Ich Dies Gespräch Gehört Das Wunderbar Entzückende Zwischen Krishna Vasudeva Und Dem Hochherzgen Prithason Durch Vyasas Gnade Hörte Ich Dieses Geheime Höchste Wort Von Krishna Der Leibhaftig Dort Von Andacht Sprach Der Andachts Herr Immer 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 Wieder Mich Erinnernd An Dies Gespräch So Wunderbar Das Heilge Das Ich Dort Gehört Freu Ich Mich Immer Fort Und Fort Immer Wieder Mich Erinnernd Der Wunderbaren Gott Gestalt Erfasst Gewalt Gestaunen Mich Und Ich Freue Mich Fort Und Fort Wo Krishna Weilt Der Andachts Herr Und Der Schütze Der Prithason Da Ist Glück Sieg Und Gedeihen So Glaube Ich Unerschütterlich Ende des 18. Gesangs Ende von Bhagavad Gita Des Erhabenen Sang Übersetzt von Leopold von Schröder